Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris, Andreas und Michael. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking. Eurem Untoten-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei infizierte Andreas. Hallo. Und Klicker Michael. Aloha. Aloha. Okay, das erinnert mich gerade daran, ich habe demnächst eine kleine Geburtstagsparty. Wisst ihr ja. Und ich stelle gerade eine Playlist zusammen mit 90s Hits, denn das Motto wird ja 90er sein. Habe ich kurz mit mir gehadert, ob ich Achim Reichel und Aloha He drauf mache, aber es gehört dazu. Wir müssen dazu stehen, Leute. Wir müssen dazu stehen. Bitte Ninja Rap mit draufsetzen. Ninja, Ninja, Rap. Ninja Rap, okay. Das ist aber jetzt nicht irgendwie ein Serien-Intro von den Turtles oder sowas? Vanilla Ice in Turtles 2 Secret of the Ooze. Okay, gut. Also da auch sonst noch ein paar andere sehr seltsame Zeugnisse der 90er Jahre dabei sein werden, packe ich das auch mal drauf. Ich muss allerdings gestehen, dass die Liste jetzt schon über 160 Titel lang ist und wir wahrscheinlich das nicht alle schaffen werden, an dem Abend durchzuhören. Aber da sollte dann eigentlich für jeden was dabei sein. Michael, bei unserem Podcast ist auch für jeden was dabei. Und kann ich bitte Applaus für diese Überleitung haben? Ja, also Slow Clap auf jeden Fall von meiner Seite. Jetzt ist nur die Zeit, nicht für mich irgendeine Überleitung zu überlegen. Es ist ganz egal, denn ihr geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, auch alles an Überleitungen, was wir jemals so gemacht haben in den letzten Jahren. Und Jahrzehnten ist es ja fast schon irgendwie. Ganz egal, unsere Serien von The Walking Dead über Star Wars bis Star Trek und so weiter und so fort. Alles findet ihr da und vor allen Dingen findet ihr auch die Feedback-Buttons und zwar einmal den Mail-Button, um zu schreiben, schreiben an die Info at nerdizismus.de, was ihr denn so von unseren Gesprächen haltet. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an die 015259647709, auch gerne als Sprachnachricht, nehmen wir dann eine Menge mit rein. Oder ihr diskutiert fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de. Das macht auf jeden Fall noch Sinn, auch wenn es hier die Finalfolgen sind von The Last of Us, die wir besprechen, uns Feedback zu geben, denn der Andreas und ich werden ja demnächst bei The Walking Dead weitermachen und dann werden wir das sozusagen gerade wieder aufgreifen. Also da geht nichts verloren. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Und ich habe letztens in der Statistik mal Podcast Addict neben Spotify gesehen, dass 40 Prozent aller Hörer da kein Abo abgeschlossen haben. Leute, was da los? Also von daher schließt mal ein Abo ab, kostet ja nichts. Drückt mal auf den Abonnieren-Button, auch bei Spotify. Vielen Dank dafür. Ich hatte beim letzten Mal ja mal die Frage in den Raum geworfen, ob es denn jemand gab, der durch die Serie dann auch das Spiel sich mal wieder angeschaut hat. Und da hat uns der Michael geschrieben, an dem wir wahrscheinlich auch wieder auf der Fatcon treffen werden. Zu eurer Frage, wir sind durch die Serie auch wieder zu Gamern geworden und haben uns nach dem Start der Serie extra eine PS5 und das Spiel gekauft und sind jetzt kurz vor dem Staffelfinale mit dem Spiel durch. Am Anfang hat uns die Serie, also das Spiel gesponsert, am Ende ist es jetzt umgekehrt. Dadurch fallen uns die Gemeinsamkeiten und Unterschiede jetzt natürlich auch sehr auf und wir sind der Meinung, dass die beiden Medien sich auf wunderbare Weise ergänzen. Wir haben zum Beispiel kurz hintereinander die Folge 8 gesehen und das Kapitel gespielt und am Ende waren wir jeweils völlig fertig. Selten hat uns eine Serie und ein Spiel emotional so mitgenommen. Beides funktioniert nebeneinander eigentlich erstaunlich. Umso bemerkenswerter ist auch, dass die Szenen, die eins und eins vom Spielen, die Serie übernommen werden, auf beiden Seiten so gut funktionieren. Das zeigt wohl, wie gut diese Szenen grundsätzlich geschrieben sind. Seht ihr das auch so? Ich kann es ja nicht so richtig beurteilen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe, aber ich habe so einige Szenen zumindest in den letzten beiden Folgen sehr, sehr stark wahrgenommen, dass es typische Spielszenen sein könnten. Also gerade so in der letzten Folge, da gab es so ein paar Kamerafahrten, wo ich gedacht habe, okay, das sieht schon sehr, sehr nach Spielszenen, nach Cutscenes oder auch nach vielleicht sogar nach so wirklich spielbaren Szenen aus, die es im Spiel geben könnte. Und dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass diese dann doch recht ikonischen Szenen sowohl im Game gut wirken, als auch in der Serie. Auch vom Dialog her. Ich meine, das Spiel ist ja sowieso, man könnte es fast als interaktiven Film bezeichnen, wenn nicht diese Spielerelemente dazwischen wären, wo ja dann auch wieder für viele dieses Thema Let's Play mit reinkommt, wo man sich das gut ansehen kann, neun Stunden und dann immer zu den Cutscenes rüberspringen. Dann hat man im Prinzip die Serie da drin und das war ja auch immer wieder der Anlass oder der Punkt, an dem die Macher angesetzt haben, dass sie einfach die Cutscenes erweitert haben und vertieft haben und Spielelemente stark rausgelassen haben. Obwohl es mich sehr freut, dann dieses typische Give Me a Boost und das Leid darunter lassen zu sehen, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Aber wir gehen gleich schon ins Detail genug, was das angeht. Und vor allem bei der Folge 8 muss man ja sagen, dass das ja ein fast schon werkgetreue Umsetzung war. Also da waren ja die Unterschiede zu dem entsprechenden Spielkapitel ja wirklich absolut marginal. Damit wir aber, weil das ja noch ein bisschen schon wieder 14 Tage her ist, uns nochmal erinnern, wie das alles war. Andreas, du hast aber was vorbereitet. Natürlich. Und ich kann dann sofort anfangen mit dieser Folge 8. When we are in need, hieß die. Wir befinden uns da am Anfang in der überlebenden Gemeinschaft Silver Lake, deren Anführer und Pastor David, lies aus der Offenbarung des Johannes vor, die Leute reagieren relativ verhalten und ein Kind namens Hannah weint, denn ihr Vater Alec ist kürzlich gestorben. Sie fragt auch nach der Beerdigung, aber David verneint das. Der Boden sei zu kalt für die Beerdigung, sie warteten auf den Frühling. Außerdem sind die Nahrungsvorräte knapp, eine Jagd ist notwendig, also zieht er mit seiner rechten Hand James los, um zu jagen. Schnitt zu Ellie und Joel. Ellie versorgt Joels Wunden. Sie merkt aber auch, dass er zu Kräften kommen muss, also sucht Ellie erstmal Essen und geht schließlich mit Joels Scharfschutzengewehr auf die Jagd. Sie findet auch einen Hirsch, den sie trifft, aber leider nur verwundet. Er flüchtet. David und James finden diesen Hirsch, dann schon gestorben, und wollen ihn schon mitnehmen, aber Ellie hält sie mit gezücktem Gewehr auf. Nach kurzen Verhandlungen haben sie ein Ergebnis, sie tauschen einen Teil des Hirschs gegen Medizin. Die muss James aber erstmal aus dem Dorf holen, also wartet Ellie mit David. Als James zurückkommt, erfährt Ellie, dass David von ihrer Vergangenheit weiß und dass Joel derjenige ist, der Alec aus ihrer Gemeinschaft getötet hat. Vor kurzem am Campus der Universität. Der Tausch geht trotzdem über die Bühne, sehr zum Leidwesen von James, der nach Rache dürstet. Ellie versorgt Joel dann mit dem Penicillin und legt sich dann selbst zum Schlafen neben Joel. In Silver Lake essen die Menschen gerade Fleisch, ursprung unbekannt. Da kommen David und James mit dem Hirsch zusammen und initiieren einen Rachefeldzug, um Joel zu finden. Ellie versorgt am nächsten Morgen Joel erneut mit Penicillin und entdeckt dann draußen diese Recher-Truppe aus Silver Lake. Sie bereitet Joel auf den Kampf vor und lenkt dann die Verfolge ab, um Joel zu schwitzen. Das geht aber schief. Das Pferd stirbt und Ellie wird bewusstlos gefangen genommen. Sie wacht in einem Käfig in Silver Lake wieder auf. David kommt zu ihr und bietet ihr Schutz und einen Neuanfang. Joel hingegen schafft es tatsächlich, diese Rachefeld-Truppe von Silver Lake zu überwältigen, zu foltern und Ellies Aufenthaltsort herauszubekommen, bevor er den Rest der Truppe tatsächlich tötet. In Silver Lake spitzt sich die Lage zu. Ellie entdeckt, dass die Gemeinschaft unwissentlich zu Kannibalen gemacht wurde. David versucht, sie für seine Sache zu gewinnen und irgendwie auch für ihn. Ellie bricht ihm dann die Hand und daraufhin soll sie zerhackt werden. Ellie gelingt es aber, mit ihrer vermeintlichen Infektion so viel für Verwirrung zu sorgen, dass sie einen Moment bekommt, den sie dann nutzen kann, um James mit dem Ball zu töten und zu fliehen. Es kommt zu einem Kampf im Schankraum von Silver Lake. Ein Feuer bricht aus. David verfolgt Ellie und wird von ihr attackiert, aber bekommt die Überhand. Er will sie vergewaltigen, aber Ellie bekommt das Ball zu packen und schafft es, David zu töten und zu zerhacken. Völlig traumatisiert läuft sie dann draußen Joel in die Arme. Der nimmt sie in den Arm, nennt sie Babygirl, bevor sie Silver Lake verlassen. Und dann gehen wir ins Staffelfinale. Da starten wir vor 14 Jahren. Die schwangere Anna flieht durch einen Wald vor einem Infizierten. Die Geburt ihres Kindes steht bevor und die Flucht endet dann in einem verlassenen Bauernhaus. Dort verschanzt sie sich, aber der Infizierte kann sie angreifen. Anna tötet ihn, währenddessen wird ihr Kind geboren und anschließend die böse Entdeckung. Anna wurde gebissen. Schnell trennt sie die Nabelschnur. Marlene und ein anderer Firefly finden Anna. Und Anna bittet dann Marlene, das Baby, das sie Ellie nennt, zu schützen und sie zu töten. Marlene tut dies unter Tränen. Die Gegenwart. Ellie und Joel sind in Salt Lake City angekommen. Ellie ist dabei schweigsam und von ihren jüngsten Erlebnissen traumatisiert. Joel akzeptiert Ellie nun deutlich als sein Kind und versucht sie aufzuheitern. Er schafft das nicht, wohl aber schafft das eine Giraffe, die sie vom ersten Stock eines nahen Hochhauses zu sehen bekommen. Die schafft zumindest kurzzeitig eine Ablenkung für Ellie. Sie führen dann eine Diskussion über ihr Ziel, also ob sie ins Krankenhaus gehen sollen oder lieber eine Rückkehr zu Tommy planen. Ellie besteht aber auf jeden Fall darauf, ihre lange Reise zu beenden, damit es sich gelohnt hat. Und falls sie gerade so schön reden, erzählt Joel auch die Wahrheit über seine Schusswunde. Ein Suizidversuch nach Sarahs Tod. Weil sie da im Gespräch sehr abgelenkt sind, bemerken sie die Rauchgranate zu spät, die auf sie geworfen wird. Joel schmeißt sich dabei noch schützend vor Ellie. Wird dann aber auch bewusstlos. Er wacht in einem Krankenhaus wieder auf. Marlene kommt zu ihm. Er ist offensichtlich also in einem Firefly-Krankenhaus. Marlene gesteht nun, dass Ellie für eine Operation vorbereitet wird. Ihr Hirn birgt nämlich eine mögliche Heilung für die Infektion mit Cordyceps. Ellie ist nämlich durch die Nabelschnur mit Cordyceps infiziert worden, der sich auch in ihr Gehirn gesetzt hat und sie immun gemacht hat. Bei der Operation würde Ellie aber sterben. Joel akzeptiert das nicht. Der will sie retten. Als er aus dem Krankenhaus gebracht werden soll, überwältigt er seine Wachen. Er tötet viele, viele Fireflies im Krankenhaus. Und befreit Ellie final aus dem Operationssaal, wo er auch noch den Doktor erschießt. Ellie ist schon narkotisiert. Er trägt sie zu einem Auto in der Tiefgarage des Krankenhauses. Dort werden sie aber von Marlene aufgehalten, die Joel dann auch tötet. Nach der Flucht aus Salt Lake City erwacht Ellie auf der Rückbank des Autos. Und Joel lügt über die Geschehnisse im Krankenhaus. Er spricht von einem Misserfolg der Ärzte, von vielen Immunen und auch von Räubern, die das Krankenhaus überfallen haben, weswegen Ellie jetzt auch keine Klamotten mehr hat. Das Auto bleibt dann kurz vor ihrem Ziel liegen. Joel und Ellie laufen die fünf Stunden nach Jackson dann zu Fuß. Joel erzählt von Sarah. Ellie erzählt von Riley. Und da sie nun endgültig bei der Wahrheit sind, fragt Ellie nochmal nach. Sie bittet um die Wahrheit über die Geschehnisse im Krankenhaus. Joel schwört, dass er die Wahrheit gesagt habe. Ellie akzeptiert das, obwohl sie offensichtlich weiß, dass es eine Lüge ist. Sie sagt, okay. Und dann war es auch schon wieder vorbei mit dem lustigen, heiteren, interessanten, traurigen, emotional aufwirbelnden Apokalypse-Geschehen. Bevor wir in die einzelnen Folgen einsteigen, mal ganz kurz so, wenn ihr jetzt so zurückschaut nach drei Tagen auf das Staffelfinale. Andreas, du wusstest ja nicht, wie es ausgeht. Michael, du wusstest, wie es ausgeht. Und ich habe es vergessen. Was hat es mit euch gemacht? Es ist ja ein ungewöhnliches Ende. Seid ihr da gesessen und habt gedacht, wie, was, wo, hä? Oder habt ihr gesagt, ja, tolles Ende? Ich kann ja erst mal anfangen, weil ich tatsächlich gar keine Ahnung hatte, wie es ausgeht. Ich mag das Ende tatsächlich sehr. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, dass ich so offene Enden mag, die uns ja im Prinzip wie die gesamte Serie wieder in die Bredouille bringt, dass wir nicht so richtig wissen, auf wessen Seite wir denn jetzt eigentlich sein sollen. Und das kann ich mir fast vorstellen, das muss Michael gleich mal sagen, dass man das im Spiel schon fast so ein bisschen vergisst, weil Joel ja da wahrscheinlich die ganze Zeit so relativ brutal sein muss und sehr, sehr viele Leute killen muss. Aber so, wie wir ihn da im Krankenhaus sehen, denken wir, wow, also das ist ja so ein Gefühl, was wir bei Walking Dead irgendwann mal subtil hatten, obwohl The Walking Dead uns das vielleicht gar nicht geben wollte, dass wir das Gefühl haben, wow, ist unser Protagonist denn eigentlich noch der Gute in dieser Nummer hier? Und damit, mit diesem Gefühl lässt uns, also mit dieser Frage lässt uns diese Serie am Ende ja auch übrig. Und sind wir auf Joels Seite? Hat Joel die richtige Entscheidung getroffen? Weil unabhängig davon, dass hier Ellie, also es wird ja sowieso nur über Ellie gesprochen, sowohl von Marlene als auch von Joel, aber sie lassen uns da irgendwie mit so einem vagen Gefühl rüber, dass wir nicht so richtig wissen, wer denn jetzt richtig gehandelt hat und ob das wirklich Joel war, der hier richtig gehandelt hat, sowohl im Krankenhaus als auch dabei, Ellie dann im Endeffekt zu belügen. Da werden wir gleich auf jeden Fall noch ausführlich drüber sprechen. Mir geht es jetzt erstmal so um den ersten, so der Screen wird schwarz und dann, Michael, was war da bei dir? Ich kannte es ja bereits noch vom Spiel, was das anging, also das ist wirklich eins zu eins Spiel. Die haben da nichts geändert. Das war genau so im Spiel. So hat das Spiel geendet. Und ja, wie der Andreas gerade schon gesagt hat, ist es dieses ambivalente Gefühl, mit dem man zurückgelassen wird und das auch zu, in den über zehn Jahren, seitdem das Spiel raus ist, zu extremen Diskussionen geführt hat, wo wir sicherlich gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Damals war ich auch zwiegespalten zurückgelassen. Also das Finale war für mich vom Spiel unglaublich beeindruckend und eindrucksvoll und hat auch eine Narbe hinterlassen, mehr oder weniger. Es ist interessant, das nochmal aus dem Blickwinkel von einem Vater zu sehen, der ich damals nicht war, als ich es gespielt habe. Weil auch wie im offiziellen Podcast, auf den ich ja immer gerne hinweise, gesagt haben, als die das Spiel verschiedenen Testern in die Hand gegeben haben und dann am Ende gefragt haben, ja, wer hat denn Recht, Joel oder hat er Unrecht, auf wessen Seite ist man? Die Leute, die keine Kinder hatten, war so 50-50, konnten sich nicht ganz entscheiden, was jetzt die richtige Entscheidung war. Die, die Eltern waren, 100% auf Joles Seite. Und dem muss ich mich anschließen gerade, aber lass uns gerne gleich nochmal ins Detail da gehen, weil es hinterlässt starke Gefühle in einem, was die Serie zum Teil schafft, als jemand, der das Spiel kennt. Gut, also dann gehen wir mal zur Folge 8, When we are in need. Aber Moment, jetzt haben wir beide ja was gesagt, was sagst du denn? Achso, was ich dazu sage. Ja, ich hatte es ja vergessen. Ja. Einfach, ja. Gnade der frühen Geburt, dass du es hast. Ja, naja, es könnte jetzt natürlich auch ein Zeichen sein, dass es bei mir dann doch nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ähm, ich konnte mich an zwar noch, also ich konnte mich an diese Settings erinnern, aber die Handlung irgendwie nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Handlung ist mir in vielen Teilen nicht hängen geblieben und das liegt aber auch ganz ehrlich daran, dass, ich habe es ja wie gesagt nur einmal gespielt und ich bin dann anscheinend nicht so ganz multitaskingfähig. Ich, ich habe es auch, glaube ich, auf, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt eine deutsche Synchro? Ich glaube, es gibt gar keine deutsche Synchro. Ich habe es also auf Englisch gespielt. Und da glaube ich, weil mir das immer wieder aufgefallen ist, dass ich gesagt habe, ja, ja, ich kenne das Level, aber ich weiß nicht mehr, was die da gequatscht haben, dass, weil ja viele Dialoge im Laufen stattfinden, während man halt zum Beispiel auch gerade noch irgendwie eine Mülltonne verschiebt oder sonst irgendwas macht. Ganz ehrlich, das scheint bei mir dann untergegangen zu sein. Da scheine ich mich dann einfach nicht so drauf konzentriert zu haben, weil ich dann eher mit einem Weg suchen beschäftigt war oder mit, keine Ahnung, einer Bombe bauen oder weiß der Doppel was. Auf jeden Fall habe ich da, wo ich mich ansonsten an viele Dinge sehr gut erinnern kann, in anderen Spielen etc., war hier jetzt irgendwie so, okay. Zum Beispiel, ich hatte ja auch erwähnt, dass ich gerade Mass Effect nochmal durchgespielt habe. Das hatte ich noch sehr, sehr, sehr präsent. Also jetzt nicht so ungestützt, ja, aber nachdem ich jetzt nochmal anfange, ah ja, genau, das war das und das war das und das war das. Das hatte ich ja nur bei zwei, drei Missionen nicht, aber das war dann die DLCs, die ich vorher nie gespielt hatte. Deswegen habe ich da halt gedacht, das kenne ich gar nicht. Aber das hatte ich noch extremst präsent, das habe ich auch noch einmal durchgespielt. Da hat man aber keine handlungsweiterführenden Dialoge im Rahmen des Gameplays. Da kriegst du zwar so nette Wortgeplänkel zwischen den Charaktern, die sind aber am Ende des Tages ein bisschen Füllwerk, aber nicht wichtig. Und da musst du dich auch nicht so ganz drauf konzentrieren. Also das war so eine Geschichte, sodass ich mich an das Ende in dem Sinne echt gar nicht mehr erinnern konnte. Und ich an der Stelle einfach nur gedacht habe, gut, dass ich weiß, dass es weitergeht. Naja, und das ist ja jetzt die tricky Sache. Beim Spiel war es ja so, wusste man es ja damals nicht. Wusste man nicht, man hat kein Sequel dafür geschrieben, man hatte keine Geschichte dafür. Naughty Dog hatte erst ein Sequel geschrieben, nachdem die ganz bewusst gesagt haben, wir machen nur ein Sequel, wenn uns die passende Story dafür einfällt. So ist es übrigens auch jetzt beim zweiten Teil, sollte es irgendwann mal einen dritten geben. Die sagen nicht nein, aber die haben einfach aktuell keine Story dafür und dementsprechend war es auch ein Ende im Spiel, was natürlich gewisse Sachen offengelassen hat, aber die Story an sich doch zu einem Ende gebracht hat, was jetzt nicht unbedingt einen zweiten Teil gerechtfertigt hätte. Ja, man könnte auch auf dem Kontroversen aufhören, aber lasst uns das gleich machen. Ich habe nämlich eine Frage, was die Folge 8 betrifft, und zwar an den Andreas. Dir so als theologisch leicht vorgebildeten Menschen, der wusste es doch, ob der christlichen Anspielungen, das musste doch ein Easter Egg Feuerwerk der Bibeltreue gewesen sein. Ja, also ich bin ja selber jetzt, also ich bin jetzt ja nicht so an der Art von Theologe. Nein, eigentlich nicht, ehrlich gesagt, weil es ist ja im Prinzip so, wie David es später sagt, die Religion ist ja für ihn so ein bisschen mittel zum Zweck. Also es ist ja nicht wirklich, dass der jetzt der große Sektenführer geworden ist. Ja, das ist irgendwie eine Sekte, aber ja im Prinzip nur, damit David seine Nummer da durchziehen kann und nicht irgendwie, weil Religion jetzt ein total wichtiges Element ist. Er weiß halt, was Religion bringen kann, nämlich das kann irgendwie Hoffnung in dieser Zeit geben und er selber ist ja jetzt kein großer, der ist ja nicht groß irgendwie gläubig gewesen oder irgendwie ein Riesentheolog oder sowas. Der weiß einfach, wie er Menschen spielt und er weiß, dass Religion ein Mittel sein kann, um Menschen zu spielen. Und deswegen ist David nimmt die Religion als Mittel zum Zweck und nicht wirklich als, als, ja, als wirklich ein Antrieb. Der ist ja, also ich glaube, es kommt ja zwischendurch durch, dass er vielleicht auch gar nicht religiös ist, oder? Ja, das ist auch, finde ich eigentlich ganz gut, dass sie es so gemacht haben, obwohl ich nicht mit dem Religionstwist bei David einverstanden bin, weil das war er im Spiel nicht. Und da hat man jetzt einfach nur einen weiteren Klischeeaspekt des Bösen drauf gesetzt, aber es passt so, wie du es beschreibst, ist es ja auch bei den meisten Führern von Religionen auch so oder von Sekten, dass sie genau das als Mittel zum Zweck benutzen, um Macht auszuüben. Und am Ende vielleicht gar nicht diejenigen sind, die am meisten daran glauben, was bei Personen in Machtpositionen ja oft so ist, dass sie gar nicht an ihre eigene Philosophie so glauben, sondern das Ausnutzen, dass andere an diese Philosophie glauben. Also ich meine, ich habe da, interessant, also ich hatte das jetzt schon, eben weil das im Spiel so nicht war, auch wenn ich mir das jetzt auf einer bewussten Ebene nicht mehr wusste, aber ich habe mich auch nicht daran erinnert, dass da irgendwie so ein durchgeknallter Preacher jetzt irgendwo gewesen wäre. Und ich meine, klar, die hatten in der Folge alle durchweg biblische Namen, David, James, Hannah etc. Also das passt natürlich alles. Und für mich war das schon so ein, also da sind mir ehrlich gesagt die Gleichnisse geradezu angesprungen, also allein schon bei den drei Versuchungen, die die Ellie ja sozusagen erfahren muss, die er ihr gibt, also die klassische, erst mal komm, du kannst den Joel retten, dann können wir noch gemeinsam die Galaxis herrschen, ja. Und dann kommt noch die übliche, ach wir sind eigentlich gar nicht so, ähm, verschieden Anfrage, lass uns doch Buddies bleiben, ja. Da hatte ich, weil der auch so, der hat mich auch so ein bisschen erinnert an den, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich wollte es natürlich noch nachschauen, der Schauspieler, der Scott Shepard, den ihr übrigens vielleicht mal in Dark Phoenix als John Grey gesehen habt oder in Jason Osborne, ähm, der hat mich auch so ein bisschen erinnert an den jungen, ähm, Tywin, Tywin Lannister, wie warst du? Moment, äh, Tywin Lannister, ja, ähm, also der Schauspieler in jungen, ähm, wie heißt der denn? Charles Dance heißt der. Charles Dance, ganz genau, er hat mich nämlich, erinnert mich ein bisschen an den jungen Charles Dance, der auch in ein oder zwei Filmen, auf jeden Fall in auf der Suche nach dem goldenen Kind und ich glaube in noch irgendeinem anderen Film, auch so eine Teufel-Dämonen-Figur gespielt hat. Und da hat er auch, der hat ja auch so blonde Haare und so einen kleinen Drei-Tage-Barten, die sind so nach hinten gekämmt und der, der sieht eben nicht unähnlich so vom Typ her. Und da hat er mich ganz stark dran erinnert, weil er mich so dran erinnert hat an Charles Dance in jungen Jahren und ich ihn halt an der Stelle einfach nur mit diesen Evil-Dämon-Geschichten verbinde, hatte ich sofort halt auch so eine Teufelsanalogie im Kopf. Und dass er dann am Ende noch im Feuer, ähm, äh, sozusagen aufgeht, hat für mich dieses Ding völlig rund gemacht, deswegen dachte ich ehrlich gesagt, aber anscheinend hab das nur ich irgendwie gesehen, ähm, äh, dass das vor theologischen Gleichnissen geradezu überquillt, ja, und dann hatte ich mich halt eben an diese drei Versuchungen von, von, von Jesus in der Wüste erinnert und so weiter, ähm, ähm, also das kam dann irgendwie so alles auf einmal. Ja, also ich mein, ähm, dass diese Versuchungen, äh, die Versuche, bei den Versuchungen geht's ja irgendwie darum, äh, Jesus auf die Probe zu stellen, eben seine Macht, äh, zu verdeutlichen und nicht so richtig eben Angebote anzunehmen, aber, ähm, ja, ich find, das kann man, kann man durchaus übertragen, why not? Also dann haben sie halt diese, äh, eben noch mit reingebracht, ähm, trotz allem glaube ich, dass David selber keine besonders religiöse Figur ist, genau, und, ähm, eben, sondern die Religion eben vor allen Dingen genutzt, um, um seine Macht auszuüben, genau. Würdet ihr sagen, dass da unterschwellig angedeutet wurde, dass er auch als Lehrer schon leicht pädophile Tendenzen hatte? Definitiv. Ähm, ja, aber ich, ich sehe, ich sehe bei dieser Umsetzung von David so ein paar Probleme. Ich sehe bei dieser ganzen Episode leider ein paar Probleme. Ich habe es mir gewünscht, dass es eine der besten Episoden wirft und sie ist auch definitiv eine starke Episode für Bella Ramsey, was das angeht. Aber es ist leider nicht das, wie ich mir die Umsetzung des Ganzen vorgestellt hätte, weil da Ebenen reingebracht worden sind, die nicht nötig gewesen wären und man andere Dinge rausgelassen hat. Und konkret möchte ich das mal benennen, genau dieses Thema, dass man diese Community, diese Sekte, diese Gefolgschaft von David zeigt. Das ist im Spiel überhaupt nicht. Kann man machen, wenn diese Episode deutlich länger gewesen wäre, denn uns wird diese Community gezeigt und dann erfahren wir nie irgendwas anderes mehr darüber. Sie hat also keinen Einfluss mehr auf den Rest der Episode. Es zeigt uns gleichzeitig, der Anfang zeigt uns gleichzeitig direkt mehr oder weniger, wer David ist und was für eine Kontrolle er hat. Er ist halt charismatisch, aber dann doch irgendwie ein charismatischer Sadist, was das angeht. Allein dadurch, dass er das Kind da schlägt und sagt, zeig Respekt vor deinem, du hast einen Vater, zeig Respekt vor einem Vater, so ungefähr in der Richtung. Und da zeigt man direkt seine Motive, was das angeht. Und meiner Meinung nach ist das im Spiel deutlich besser gelöst für ihn als Charakter, weil es ist so, dass Ellie auf ihn trifft und sich erst mal mit ihm verbündet. Sie weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Die müssen auch gemeinsam von einer Horde von Infizierten fliehen und bonden auf diese Art und Weise ein bisschen und dann so langsam kommt raus, dass mit dem Typen nicht was stimmt. Und das passt eigentlich viel besser in diese Situation, wo Ellie ganz alleine ist, auf sich gestellt, für Joel sorgen muss und dann jemanden findet in der Wildnis, mit dem sie ebenfalls bonden kann. Der sich aber dann als quasi mehr oder weniger der Teufel entblößt, weil im Spiel ist er auch ähnlich böse. Und in der Serie versuchen sie David direkt einzuführen, ihn noch böser zu machen, indem er der klischeehafte Sektenpastor ist, der aus der Bibel zitiert und Menschenfleisch frisst. Das mit dem Menschenfleisch ist ähnlich, aber für mich haben sie ihn zu böse gemacht und zu viel von ihm zu früh gezeigt, wo man dann ein Stück von dieser Ambivalenz, die im Spiel drin ist, verliert und dementsprechend als Zuschauer schon leider mehr weiß als der Protagonist. Was wir ja manchmal schon gesagt haben, was aus Hitchcock-Perspektive ganz gut ist, aber ich glaube in dieser Episode meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert hat, weil uns diese Teile mit dem Bonden verloren gegangen sind, was ich sehr schade fand. Es sind noch andere Punkte, aber ich lasse euch jetzt erstmal reden. Ja, denn ich muss hier mal kurz intervenieren, weil, wie wir bei Chris Einwand eben schon gemerkt haben, vielleicht kriege ich auch vieles nicht mit, aber ich fand ihn total charismatisch und habe auch am Anfang total angedockt. Das heißt, ich habe mich hier auch wieder, nicht zum letzten Mal übrigens, von der Serie in die Irre führen lassen und habe schon irgendwie gedacht, dass das jetzt jemand ist, mit dem Ellie irgendwie bonden kann. Weil ich fand ihn auch in diesem ganzen Gespräch und wie er dann Ellie auch noch vor dem Rache-Mob am Anfang irgendwie geschützt hat und sowas, da fand ich ihn total sympathisch und charismatisch und habe gedacht, okay, endlich jemand, seine Gemeinschaft ist vielleicht ein bisschen blöd, aber er ist jemand, der mit Ellie auf Augenhöhe sprechen kann, denn ehrlicherweise kann Joel das halt nicht. Und deswegen habe ich mich wieder in die falsche Richtung leiten lassen von der Serie und war voll auf Kurs, ja, das ist ein guter Typ, dieser James, äh, dieser David. Trotz der Anfangsszenen auch mit dem Kind? Ja. Okay. Trotz dem, wie er offensichtlich seine Schäfchen geführt hat, weil da ist, okay, ich kannte ihn, vielleicht wenn ich zu, hatte ich einen zu großen Bias, was das anging, aber da kam er mir schon nicht korrekt vor und in dem Spiel war das für mich noch anders, da wurde das nicht direkt gezeigt, was jetzt in dem Prolog schon gezeigt wurde. Die zweiten Szenen mit dem Kind, also es dann auch schlägt und sowas, da war es eine andere Nummer, da ist er bei mir auch gefallen irgendwie, aber bei der ersten Szene habe ich noch gedacht, okay, die sind in einer relativ hoffnungslosen Situation und er versucht alles, um irgendwie noch Hoffnung darin zu schüren, er weiß auch, dass er Religion nutzen kann. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, dass er Religion nutzt, aber ich habe gedacht, dass er Religion nutzt, um denen irgendwie die Hoffnung zu geben, dass sie irgendwie noch überleben können und dann ist halt jemand gestorben und ja, dann beerdigen sie ihn halt nicht, aber ich habe da jetzt, ich hatte da noch nicht mal die Vermutung, dass sie irgendwas mit dem Böses anstellen oder sowas, ich habe einfach, ich habe ihm geglaubt. Ich habe geglaubt, okay, es ist halt gefroren, was sollen sie machen, die können halt jemanden nicht gerade beerdigen. Also ich habe mich da offensichtlich betrügen lassen, muss ich sagen. Und ich finde ehrlich gesagt, da muss ich leider Michael jetzt auch nochmal widersprechen, aber aus anderen Gründen, ich glaube, dass man das ehrlich gesagt gebraucht hat, diesen Exkurs. Denn schau mal, wie lange verbringst du im Spiel Zeit mit denen, anderthalb, zwei Stunden, bevor dann sozusagen ein bisschen der Reveal kommt. Ich muss meiner Meinung nach als Schreiber in dieser Folge sinnvoll auflösen, warum Ellie hinten raus so ein Killing Spree hat, so völlig durchdreht. Das muss ich sowohl begründen, was Ellie angeht, ihre Motivation, ich muss es aber auch dem Zuschauer so erklären, damit ich zumindest bei dieser Stelle den Charakter auch likable lasse. Damit ich nicht sage, was geht mit der, ist die jetzt auf einmal völlig durchgedreht und ich habe mir meine Protagonistin in der Sympathie-Skala zerstört, weil sie plötzlich völlig durchdreht. Weil ich eben vorher einen Charakter habe, den ich vielleicht sogar, wie jetzt beim Andreas, den ich sogar ganz nett fand. Ja, also muss ich den, hätte ich es ehrlich gesagt auch gemacht, so richtig doppelt und dreifach Kacke aufbauen und von Anfang an, damit ich als Zuschauer erst gar nicht an dem bonde. Dass der Andreas natürlich jetzt irgendwie so ein kleines Problem hat, dass er vielleicht mal näher untersuchen sollte, warum er sich zu solchen Menschen hingezogen fühlt. Ja, das ist sicherlich schon ein anderes Thema, das ist halt die Kasse. Aber, also ich habe das voll und ganz verstanden, warum das so gemacht wurde. Also ich brauche einfach einen Antagonisten, bei dem ich mich als Zuschauer hinten raus nicht schämen muss, wenn der das Gesicht zermatscht kriegt. Aber dafür hätte doch die versuchte Vergewaltigung gereicht. Ja, okay, aber dann ist es vielleicht ein bisschen mehr in your face, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, diese versuchte Vergewaltigung, die habe ich halt insofern, also das habe ich natürlich wohl gesehen, aber ich habe mir nur irgendwie so gedacht, so macht es jetzt einer mitten im Feuer. Ja, so ernsthaft, alles woran erdenken kann, ist jetzt noch das. Die fand ich ehrlich gesagt ein bisschen, die fand ich auch im Spiel schon ein bisschen, aber da war ich mir mit X-Drücken beschäftigt, um an das Messer ranzukommen. Also im Spiel war das übrigens einer meiner absoluten Lieblingskämpfe, weil es auch einer der härtesten Kämpfe war. Genau das Ding mit dem Feuer in dem Restaurant ist bei mir so hängen geblieben, weil das irgendwie, ich bin zwar in einem Versuch, glaube ich, in einer oder zwei Versuchen durchgekommen, aber weil das so auch wieder eindrucksvoll inszeniert war und vor allen Dingen, was da am Ende mit dann Ellie passiert, dass ich die ganze Zeit auf diese Szene hingewartet habe. Und irgendwie hat dann diese Episode für mich in dem Sinne nicht ganz gepackt. Ich gebe euch nochmal recht, ich habe gerade nochmal durchgeskippt, ja, das mit dem Kinderhauen war erst später. Ich habe es in meinem Gedächtnis, glaube ich, verschoben, was das angeht von den Szenen. Also ist David doch einigermaßen sympathisch am Anfang, was das angeht. Aber für mich hätte es weiterhin diese Community nicht gebraucht, weil wir auch nicht noch mehr von der erfahren. Ja, nachdem der am Ende im Feuer drauf geht, ist es ja nicht so, dass alle angerannt kommen. Ja, darauf habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gewartet. Das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, weil ich dann eigentlich dachte, ja, wo ist denn jetzt der Rest der Gemeinde? Ich war aber noch ein bisschen zu beeindruckt von diesem doch fast eins zu eins nachgebauten Level. Also dieses Restaurant ist ja, also fast eins zu eins, zumindest so was Möbel, Farbwahl etc. angeht, das ist genau das Ding. Ich glaube, am Ende war dieses, diese Gemeinde auch, ich meine, es war ja eine Fake-Gemeinde. Wir sind uns ja einig, es ist ein Fake-Pastor mit einer Fake-Gemeinde in einer Fake-Stadt mit Fake-Essen. Da war halt alles Fake an der ganzen Nummer. Und wie es halt dann so eine Glaubensgemeinschaft gerne macht, schlucken sie halt die Lügen im wahrsten Sinne des Wortes runter. In dem Fall waren es halt ihre Anverwandten. Okay, das ist das so. Es gab ja auch welche, die kräftig zugelangt haben. Also das will ja nicht jeder, nicht jeder wollte es ja wahrhaben. Wir haben ja immer nur so ein paar gesehen, die gezögert haben. David hat deutlich mehr als alle anderen im Topf gehabt. Ja, aber der hatte auch was anderes. Der hatte was anderes im Topf, nämlich was dick, irgendwie dickeres. Es mag jetzt auch daran liegen, dass irgendwie die das so begründen, dass die Jäger irgendwie was anderes bekommen. Ich habe mehr das Gefühl, dass David tatsächlich das Wild gegessen hat und die anderen eben nur diese dünne Menschensuppe. Okay, vielleicht, ja. Bevor wir da nochmal so kurz zwei, drei Sachen dann auch zu Joel sagen und seinem Verhalten in dieser Folge, kann ich an der Stelle, und ich gucke ja ganz gerne auch mal was in der Synchro, wenn ich das abends weggucken will. Und will ich ehrlich gesagt so meine Ruhe haben und will ich noch irgendwelchen, die englischen Akzenten beschäftigen oder sonst irgendwas. Aber hier konnte man das ja wirklich sehr gut auf Englisch gucken. Das war ja wirklich kein Problem zu verstehen. Aber bei einer Sache muss ich wirklich, und so gut deutsche Synchros auch sind, ist hier eine Sache untergegangen. Nämlich am Ende fehlt im Deutschen das Babygirl. Ach echt? Was sagt er denn? Und er sagt im Deutschen nur, komm her. Gar nichts. Er sagt keine Koseform. Und dieses Babygirl finde ich aber essentiell. Ja, klar. Dieses Babygirl ist Sarahs Spitzname. Ah, das und weil es natürlich auch dann zeigt, okay, das ist jetzt seine Ziehtochter, er hat sie jetzt angenommen. Und das in der Deutschen Synchro wegzulassen ist, also finde ich richtig fahrlässig. Finde ich richtig fahrlässig, weil es einen entscheidenden Charakterzug oder eine entscheidende Charakterendung oder Wendung vielmehr bei Joel damit unter den Tisch fallen lässt. Weil umarmt hätte in der Situation jeder jeden. Aber dieses Babygirl, das ist halt nochmal der Punkt an der Sache. Und dass der im Deutschen fehlt, fand ich ziemlich krass. Das bringt uns aber auch wieder zu dem Thema Budget, was wir ja mit diversen Leuten schon besprochen haben, dass einfach mittlerweile kein Budget mehr da ist, um ordentliche Synchronarbeiten durchzuführen. Sei es vom Drehbuch her noch von dem, wer da am Ende synchronisiert, dass die noch nicht mal zusammen in einem Kämmerchen sitzen, um die Aufnahmen durchzuführen. Das war früher schon mal besser. Aber können wir vielleicht mal zum Thema machen, was Bella Ramsey in dieser Folge für eine Leistung bringt? Definitiv. Das ist ja der Oberhammer. Also ich frage mich, seit wann kann die das denn alles? Also ich meine, ich fand die ja in Game of Thrones gut, aber da hatte sie irgendwie fünf Szenen oder was. Und also das ist ja unglaublich, was sie hier abreißt an Mimik, an Gefühlsregungen von ganz ängstlich, irgendwie versorgend, hoffnungsschürend, irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung in ihrem Gesicht zeigend. Wir haben in der letzten Folge ja schon gesehen, dass sie auch mit kleinen Blicken verliebt tun kann. Und in dieser Folge diese Verzweiflung und Panik und was auch. Also unglaublich, wirklich unglaublich, wie gut Bella Ramsey spielt, finde ich. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und deswegen glaube ich inzwischen auch, dass es eine bewusste Regieanweisung war oder vielleicht eine Mischung auch mit dem Schauspieler, mit der Schauspielerin. Denn es gibt ja einen roten Faden in fast allen Reviews, Kritiken. Wenn ich mich mit Personen darüber unterhalte, dann ist es nämlich der, dass am Anfang irgendwie Ellie keiner recht leiden mochte in den ersten zwei Folgen. Und dann entwickelt die sich so. Und das sagen jetzt so viele übereinstimmend, das kann glaube ich kein Zufall mehr sein. Das war ein bewusst gesetzter Arg. Und das ist ja dann auch ein schauspielerisches Talent, dass du erst mal vom, ja vom, was ist denn das für eine und du hast natürlich noch die ganze Kritik, weil sie nicht so aussieht wie im Spiel. Ja, dass du das transportieren kannst. Gut, das wusste sie natürlich nicht, dass es so funktionieren wird, aber es funktioniert wunderbar. Von so einem eher ambivalenten, na okay, mögen wir die eigentlich wirklich, Charakter hinten am Ende trägt sie fast schon so ein bisschen die Show. Ja, und die Sache ist, muss sie auch, weil sie die Hauptrolle im Sequel spielt. Also wir hatten hier jetzt unseren Protagonisten Joel, dem wir gefolgt sind, der unser Point-of-View-Charakter war. Und man sieht so langsam, wie das Zepter, wie es vorbereitet wird, dass das Zepter abgegeben wird. Und ich meine, spätestens die letzte Episode hat sie für mich als Ellie zementiert, dass ich sie als Ellie so richtig angenommen habe. Auch indem, dass ich nicht darüber nachdenken musste, dass eigentlich meine Ellie Ashley Johnson aus dem Spiel ist. Sondern wenn es nicht die letzte Episode gewesen wäre, dann wäre es diese Episode gewesen, wo ich sie als Ellie annehme. Und ich habe letztes Mal in der letzten Folge von unserem Podcast, glaube ich, schon vorgegriffen, was jetzt hier passiert ist. Denn ich glaube, es ist, ich habe es letztes Mal gesagt, hier ist es so, dass die ersten Szenen, wo man sie auch sieht, wo sie auf Jagd geht, das sind die Szenen im Spiel, wo man plötzlich von Joel zu Ellie rüber wechselt. Was so ein krasser Switch war, dass man eigentlich eher diesen typischen männlichen Gaming-Charakter gespielt hat und dann in dem Sidekick drin ist, weil der außer Gefecht gesetzt wurde und ihre Rolle übernimmt und auch diesen Perspektivenwechsel einnimmt. Und das ist, glaube ich, in den letzten Folgen inklusive dieser auch in der Serie geschehen, dass man die Perspektive von Joel rüber zu Ellie gewechselt hat und dann mehr in ihr drin ist, als in Joel an sich. Und zwar völlig subtil. Also ich finde, das ist auch eine große Qualität der Serie, dass sie uns das nicht irgendwie voll aufs Brot schmiert und sagt, okay, und jetzt gucken wir einfach mal, was gerade in Ellie abgeht und übernehmen da ihre Perspektive. Sondern dass wir subtil, langsam, aber sicher von Joel weggeführt werden. Und auch, indem wir immer mehr irgendwie so ein, indem wir auch selber rausgelockt werden und gesagt werden, ja, guck dir doch diesen Joel bitte auch mal ein bisschen von außen an. Weil Joel ist nicht nur ein bisschen einfacher, das wurde uns von Anfang an erzählt, aber er ist auch moralisch ein schwieriger Charakter. Und das wird uns immer mehr klar, finde ich, in dieser Serie. Und wir werden immer mehr so ein bisschen in die Neutralität geschickt und sagen, hei, 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 also das war die ganze Zeit mein Protagonist, aber ich zweifle mehr und mehr an ihm, ehrlicherweise. Ja. Und das macht passiv. Ein E, sozusagen der andere oder der umgekehrte Charakter-Arc von Petro Pascal im Mandalorian. Wo er eigentlich vom neutralen Outlaw jetzt durch seine andauernden Abenteuer mit Baby Yoda immer mehr zum likable Charakter wird. Das ist genau umgekehrt. Kleiner Funfact noch am Rande, der James wird hier gespielt von Troy Baker und Troy Baker ist der Schauspieler und Voice-Actor, der im Spiel eigentlich Joel spielt. Und gab dann noch Menschen, die gesagt haben, öh, wieso spielt der denn da nicht den Joel, sondern Petro Pascal? Mei, ganz ehrlich, das ist ein Video-Actor, deswegen muss der noch lange kein guter Schauspieler sein, der die Hauptrolle in der Serie trägt, weil er hat einfach bisher nur Synchro gemacht und das hauptsächlich für Videospiele, wobei er dann einmal war er auch bei Lower Decks und so dabei. Da musst du noch lange kein schauspielerisches Talent haben, um dann vor der Kamera mit der Mimik zu überzeugen. Das kannst du für so eine Nebenrolle als Easter Egg machen, aber das finde ich jetzt, äh, weiß ich nicht, muss für mich nicht sein. Nee, das würde ich nicht sein. Da muss ich dir widersprechen. Da muss ich widersprechen. Er war nicht nur Synchronsprecher. Gerade bei den Naughty Dog-Spielen haben die ja alles, was die... Ja, ja, schon klar, aber es ist noch mal was anderes. Es ist schon klar, aber es ist noch mal was anderes, ob ich in einem Bodysuit stecke, ja, mit Punkten im Gesicht oder ob ich wirklich schauspielere. Also das ist ein Unterschied. Moment, die haben wirklich Geschauspieler. Das ist das Gleiche wie wenn die bei Avatar, ja, die haben die Gesichter als... Ja, aber du kannst noch mal die Augenbrauen noch mal ein bisschen heben, du kannst den Mundwinkel noch mal ein bisschen heben. Wenn er nicht genug heult, dann kannst du nachhelfen und so. Also das ist für mich schon, ich will das nicht kleinreden, aber es sind für mich zwei völlig getrennte Dinge. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Schau dir das Making-of gerade zum ersten Teil an, was ich ja schon letztendlich mal irgendwie empfohlen habe. Da sieht man, was die übernehmen und wie die das Schauspiel übernehmen. Natürlich ist es viel auch bei den Artists, was da gemacht wird, aber diese Schauspielerei, die vor allen Dingen in den Last of Us Spielen da ist, die wurde in der Mimik, in der Gestik, in allem extrem durch Troy Baker und Ashley Johnson geprägt. Die haben das Schauspiel da gemacht, dass diese Charaktere so geworden sind, wie sie sind. Die Artists, die das dann digitalisiert haben, die mögen vielleicht teilweise das noch verfeinert haben. Aber wie gesagt, schau dir das Making-of dazu an und dann wirst du eine ganz andere Meinung zu dem Schauspiel haben, was du ihm zudichtest. Weil, ja, er ist ein großartiger Synchronsprecher, aber auch im Schauspiel, was er in den verschiedenen Spielen geleistet hat, in denen er das wirklich gespielt hat, sollte man das nicht unterschätzen. Das ist eine ganz, ganz große Leistung. Ja, ich will es ja nicht kleinreden, das habe ich ja nicht gesagt. Ich sage ja nicht, dass ich es kleinrede. Ich sage nur, er muss ja im Casting offensichtlich nicht überzeugt haben. Punkt. Nein. Das ist ja offensichtlich. Also ich meine, sonst hätte er ja die Rolle gekriegt, oder? Da hätte sie doch aber den Fans doch eine Menge Freude machen können. Nein, die haben das ja bewusst nicht gemacht. Die haben ja extra Carsten nochmal gesucht. Und der wusste, ihm war auch ganz klar, dass er das nicht machen würde. Der hat gar nicht für Joel vorgesprochen, was das anging. Der ist froh gewesen, dass sie ihn angesprochen haben, dass sie ihn mit reingebracht haben, weil der Craig Mazin und der, wie heißt der jetzt, der Macher von Neil Druckmann sich dafür entschieden haben, die vor allem in der nächsten Episode sehen wir auch noch Ashley Johnson mit reinzunehmen. Aber letztendlich ist es wirklich ja ein offenes Casting, dass die nochmal gucken, was passt für die Serie. Und da haben sie sich dann halt entschieden, vielleicht noch in eine etwas andere Richtung zu gehen. Und Pedro Pascal ist natürlich von dem Visuellen her deutlich stärker an Joel dran. Natürlich, das kommt ja nochmal an Top. Und bei Ashley Johnson, die ist halt auch zu alt. Also das geht ja nicht mehr. Aber vielleicht abschließend zu dieser Folge. Ich muss sie mir vielleicht ein zweites Mal ansehen, aber ich habe sie nicht so gemocht wie das Kapitel im Spiel. Wahrscheinlich, weil man im Spiel auch deutlich mehr Zeit mit David verbringt und eine ganz andere Perspektive nochmal einnimmt. Und trotzdem hat diese Serie das Phänomen dahinter, auch wenn es vielleicht für die Spieler im Gesamteindruck etwas geschmälert ist, hat es teilweise krasse Highlights mit drin, die man in einzelnen Szenen rausholen kann, wo man denkt, was ist das für eine Wahnsinnsadaption, die sie da hinbekommen. Und das ist nicht nur das Setting, was fast eins zu eins übernommen wurde. Das ist vor allen Dingen auch das Schauspiel, wie ihr gerade schon gesagt habt, Bella Ramsey, die die Ellie verkörpert in einem Ausmaß, wie man es vielleicht vor der Serie nicht für möglich gehalten hat. Also sie ist die eigene Ellie, fast schon wie im Spiel, nur mit einem leicht anderen Twist noch mit drin. Und auch Pedro Pascal, wie er einfach zumindestens bis zum Teil in der achten Episode einen deutlich passiveren und verletzlicheren Joel gespielt hat, als die Mördermaschine, die man im Spiel gespielt hat. Und das finde ich hier immer wieder beeindruckend, wie ich sagen kann, dass die Folge für mich insgesamt eher vielleicht eine schwächere war, weil ich ein stärkeres Kapitel im Spiel gewöhnt war, aber trotzdem extrem gute Highlights in den Einzelszenen hatte, wie die Diner-Szene, die so dermaßen in meinem Kopf als Spieler eingebrannt ist, dass ich mich tierisch darauf gefreut habe, die zu sehen. Hat der Joel bei euch ab dieser Folge abgebaut, vor allem bei dir, Andreas, weil du wusstest ja noch nicht, was kommt mit der Folter-Szene? Ja, wie gesagt, also so ein Stück weit. Also ich stelle es immer wieder raus, dass diese Serie immer wieder versucht, mich aufs Glatteis zu führen und mich mit Menschen bonden zu lassen, die sie dann nachher bricht. Und das macht sie hier mit Joel natürlich über die gesamte Staffel, weil ich war die ganze Zeit Team Joel. Und dann plötzlich denke ich, oh, also es war ja zwischendurch mal angedeutet, dass der auch eine Geschichte hat, auf die er auch nicht stolz ist. Und dann sehen wir irgendwann seine Fähigkeiten in diesen letzten beiden Folgen und ich denke so, wow. Also man sollte doch schon mal hinterfragen, was Joel eigentlich für ein Typ ist. Und vielleicht hat Tommy immer recht gehabt. Und vielleicht hat Tommy mit seiner Frau auch recht gehabt, wenn diese Frau irgendwie sagt, ja, du weißt nicht alles, also zu Ellie sagt sie irgendwie in dieser Stadt da, du weißt nicht alles über Joel und wenn du es wissen würdest, wärst du vielleicht auch nicht so nah an ihm dran irgendwie. Das finde ich extrem gut gemacht. Aber ja, er hat bei mir zumindest, also er hat nicht abgebaut, er war dem Ansehen verloren. Dann gehen wir doch mal zur Folge 9. Ja, fast schon, also auf einer Meta-Ebene eine klassische Star-Trek-Folge. The needs of the many outweighs the needs of the few. Das Wohl vieler steht über dem Wohl eines Einzelnen oder von wenigen. Und das ist fast so, neben dass das Ding sich wunderbar reimt, die Folge beginnt mit einer Mutter, die Leben schenkt und endet mit einem Vater, der Leben nimmt. Und jedes Mal ist Ellie dabei, bewusstlos, beziehungsweise kriegt nichts mit. Fand ich einen schönen Kreis an dieser Stelle. Auch dieses, ich wollte schon sagen, dieses Level, auch diese Folge war sehr nah am Spiel dran. Geradezu ikonisch eingebrannt. Bei vielen Spielern hat sich ja die Szene mit der Giraffe, die hier nicht aus dem Rechner kam. Ja, die nicht aus dem Rechner kam. Ich habe es erst gesehen, habe mir gedacht, ach, guck mal, im Gegensatz zu The Walking Dead haben die nicht einfach hier die 0815 Tierbibliothek aufgemacht, um uns einen random Reh zu zeigen. Sondern die haben sich richtig Mühe gegeben mit dem. Da dachte ich mir, boah, das ist aber richtig gut. Und dann habe ich gedacht, nee, ist ja echt. Da habe ich kurz im Making Behind the Scenes gesehen. Nee, in der Tat. Die standen auf so einer Special Stage. Und die Giraffe ist echt wie die anderen Giraffen im Hintergrund auch. Die sind aus verschiedenen Szenen aber dann zusammengeschnitten. Ja, lass uns doch vielleicht, aber bevor wir zu der Giraffenszene kommen, lass uns vielleicht nochmal über das Cold Open reden. Denn das Cold Open hat mich einerseits reingezogen und hat mich aber auch rausgeholt. Weil wir sehen Ashley Johnson, die natürlich anders aussieht als die Ellie im Spiel, aber die Ellie im Spiel verkörpert. Und hier die Mutter von Ellie spielt. Zum Hintergrund der Szene, das Ding wurde von Neil Druckmann schon früh erdacht. Irgendwann war es mal angedacht, als Kurzfilm mit echten Menschen umzusetzen. Da ist aber nie was rausgeworden. Und dann hat der das im Laufe der Produktion für die Serie dem Craig Messin mal erzählt. Und der war völlig begeistert, sodass er gesagt hat, das muss rein, das brauchen wir unbedingt. Das muss auch in die letzte Episode rein, um einen schönen Kreis zu formen für das Ganze. Und so sehen und dass das perfekt Ashley Johnson als Mutter spielen kann, um den Staffelstab quasi zu übergeben. Was mich aber rausgeholt hat, ist leider die Stimme von Ashley Johnson. Weil im Gegensatz zu Troy Baker, der wunderbar seine Stimme verstellen kann und immer wieder anders klingt in verschiedenen Spielen, ist Ashley Johnson vom Ton, von der Art zu sprechen, Ellie. Eins zu eins. Und jedes Mal, wenn sie ihren Mund da aufgemacht hat, habe ich Ellie aus dem Spiel vor mir gesehen und war immer wieder ein bisschen rausgezogen, was das angeht. Okay, liebe Zörer, willkommen beim wahren Nerdizismus hier. Also nur Geeks lassen sich davon rausholen. Das wäre mir nie im Leben aufgefallen. Also ich wusste, dass sie das ist, aber da habe ich also wirklich, bei Troy Baker gebe ich dir natürlich recht, allein durch seine Synchro-Tätigkeiten. Er hat ja schon alles Mögliche gesprochen. Aber hier, das wäre mir niemals aufgefallen. Da habe ich an andere Dinge sind mir da aufgefallen. Aber ich finde das ja so toll, worauf jeder achtet. Mir ist dann zum Beispiel bei dieser Anfangsszene aufgefallen, dass die Mutter halt genauso viel flucht. Und das erste Wort, was Ellie hört, ist halt Fuck. Was dann auch erklärt, warum sie selber ja relativ viel flucht. Dann, was später noch wichtig wird, ist, der erste Song, den sie hört, ist von Aha, The Sun Always Shines in TV. Was übrigens auch wunderbar auf diese Folge drauf zutrifft. Denn in dieser Folge scheint halt keine Sonne. Und auch am Ende scheint keine Sonne. Stimmt also nicht, der Aha-Song. The Sun Always Shines in TV. Ja, ich fand das großartig, auch wenn ich, und da habe ich an Andreas denken müssen, Andreas, du magst doch gar keine Rückblicke. Wie geht es dir denn mit solchen Rückblicken? Wie ging es dir eigentlich? Wollte ich dich bei der Rückblickfolge mit Ellie übrigens schon fragen, wie es dir da mitging. Weil du hast irgendwann bei The Walking Dead gesagt, boah, ich mag keinen Rückblick. Ja, ich mag, was ich total ungern mag, sind so Traumsequenzen und so. Ja, das stimmt. Weil ich dann irgendwie denke, ja, wenn ihr mir das nicht anders erzählen könnt, was mit den Figuren gemacht worden ist, dann macht es halt nicht. Wobei ich halt, man muss auch vielleicht mal qualitativ unterscheiden. Also wenn ich irgendwie jemanden sehe, der sich an irgendwas erinnert und dann kriege ich eine total lahme Story aus deiner Vergangenheit erzählt, nur um irgendeine Charaktereigenschaft zu verstehen, dann ist das das Schlimmste, was ich in der Serie empfinde. Weil dann werde ich aus der Serie rausgeschmissen für nichts. Also, aber wenn ich hier for the greater good rausgeschmissen werde aus der eigentlichen Handlung, nämlich zum Beispiel, um diese Story um Frank und Bill erzählt zu bekommen oder um die Geschichte von Ellie und Riley erzählt zu bekommen, dann nehme ich das gerne in Kauf, ehrlicherweise. Und weil das qualitativ so hochwertig gut gemachte Sachen sind, dann, ja, so be it. Also dann gerne auch Traumsequenzen. Es war ja im Prinzip sowas wie eine Traumsequenz, weil Ellie sich kurz daran erinnert, dass sie schon mal jemanden verloren hat und dann eben Joel dann an der Stelle nicht verlieren möchte. Nee, kann ich total mit leben. Und mit diesem Rückblick konnte ich auch leben. Wobei, vielleicht wollte ich es gar nicht so genau wissen, ehrlicherweise, warum Ellie immun ist. Weil für mich macht das ein paar Probleme auf, die ich vielleicht gar nicht so gebraucht hätte. Denn wenn das, also im Prinzip wird uns hier erzählt, dass Marlene das im Prinzip ungefähr wissen müsste, warum Ellie denn immun ist. Und dann ist Ellie nicht der einzige Ausweg für Marlene. Weil dann muss man einfach versuchen, also so traurig das auch ist, aber jemand anderen zu finden, der irgendwie gerade total schwanger ist. Und dann kannst du dadurch irgendwo eine Immunität generieren oder zumindest in diese Richtung forschen und musst dann nicht Ellies Gehirn aufschneiden und dafür Ellie opfern, dass ja die Tochter von Marlins bester Freundin ist. Also vielleicht hat mir dieser Rückblick sogar ein bisschen zu viel erklärt, was ich gar nicht wissen musste und was es insgesamt ein bisschen schwieriger gemacht hat vielleicht. Ja, ich habe an der Stelle auch gedacht. Ja, Michael. Ich glaube, dieser Rückblick war aber in der Hinsicht wichtig, um die Parallelen zwischen Marlene und Joel herzustellen, die ja beide eigentlich eng an Ellie in irgendeiner Art und Weise gebunden sein mussten. Joel mit seinen Vatergefühlen und Marlene dadurch, dass sie die Tochter ihrer besten Freundin ist, die sie als Baby schon quasi gerettet hat und auf die sie ihr ganzes Leben wohl aufgepasst hat. Sie hat sie scheinbar nicht aufgezogen. Das ist ganz klar. Und auch die Mutter, die Anna hieß sie, glaube ich, hat ihr ja nicht abverlangt, dass sie Ellie selber aufzieht, dass sie nur, dass sie jemanden findet, der Ellie aufzieht. Vielleicht aus den Gründen, weil sie wusste, dass Marlene so stark mit den Feierbreiten verbunden ist. Vielleicht, weil sie wusste, dass sie nicht unbedingt geeignet dafür ist oder weil sie ihrer Freundin das nicht aufbürden wollte. Aber es ist ja schon wichtig zu wissen, Marlene kennt Ellie von früher und hat sie ihr ganzes Leben lang gekannt, hat also eine starke Bindung in irgendeiner Art und Weise zu ihr, nimmt, aber eine ganz andere Weltsicht ein, ist quasi der Gegenpol zu Joel, der sie zwar jetzt erst seit ein paar Monaten kennt, aber noch stärkere Gefühle für sie entwickelt hat und sich ganz anders entscheidet als Marlene ist für das Schicksal von Ellie, wo jeder wirklich was anderes für sie vorhat, ohne dass sie selber gefragt wird, durchführt. Naja, das war jetzt ja zwar richtig, kann man auch so sehen und Marlene will dem Tod von Anna auf jeden Fall einen Sinn geben und verhält sich dementsprechend, aber es war ja nicht ganz genau das, was Andreas hinaus wollte. Er wollte ja darauf hinaus, dass Ellie jetzt ja im Grunde genommen niemand anderes als Blade ist, also Daywalker sozusagen. Und ich kann mich an der Stelle auch dir nur anschließen, Andreas, wenn auch mit einem leicht anderen Twist, weil ich mir auch gedacht habe, ja, das kann ja jetzt nicht so selten gewesen sein, bei acht Milliarden Menschen, das genau in dem Moment, ja, also das muss doch noch ein paar Mal woanders auf der Welt passiert sein. Das hat für mich so dieses Chosen One so ein bisschen, also ich will ja nicht, dass es jetzt auch mit die Chlorianer sind, aber das war mir auch so ein bisschen, abgesehen davon, dass ich nicht denke, dass das anatomisch so funktioniert, aber das weiß ich nicht, das ist nur so mein Gefühl, würde ich sagen, so schnell geht es nicht, aber okay. Hat es für mich das Ganze auch so ein bisschen entmystifiziert und mir eine Erklärung gegeben, die ich ehrlich gesagt gar nicht gebraucht hätte. Also für mich ist sie halt immun, fertig, aus. Warum? I don't care. Ich glaube, ein bisschen habe ich meine Augen auch gerollt, muss es jetzt so sein. Als ich einen Podcast gehört habe, habe ich gehört, gut, es ist immer schon so angedacht gewesen, seit vielen frühen Zeiten, es wurde uns nur nicht gesagt. Es war, glaube ich, auch schon eine Fantheorie, die lange durch den Äther ging, aber es ist so ein bisschen auch wie dem Xenomorph, wo wir nicht unbedingt wissen müssen, wo er herkommt. Das Wichtige ist, dass er da ist und eine Bedrohung ist. Da stimme ich vollkommen mit euch überein, dass das eine Erklärung ist, die ich nicht gebraucht hätte, aber für mich die Szene eine andere Wirkung hatte, als dass nur diese Erklärung rübergebracht wurde, sondern eher, dass wir auch Marleens Perspektive als Gegenpol zu Joel hier haben in der Folge. Gut, gehen wir doch, wenn jetzt, außer das möchte noch irgendjemand was über Giraffen sagen. Wir haben es ja angedeutet die letzten Male, wir hoffen, dass diese Szene mit drin ist. Ich meine, in dieser Szene im Spiel hat man fast nichts gemacht. Es war, glaube ich, einfach nur ein Cutscene, die da durch war. Aber irgendwie hat einen diese Szene im Spiel doch extrem, ist die im Gedächtnis geblieben. Und ich habe 2016, als ich den Remaster auf der PlayStation 4 gespielt habe, genau den Screenshot, wo man als Spieler später über die Landschaft drüber schaut und die Giraffen da rumgehen sieht, habe ich bei Facebook geteilt. Und ich kann euch genau diesen Screenshot auch noch mal geben, weil der bei mir so hängen geblieben ist. Und dementsprechend, auch wenn es fürs große Ganze vielleicht nicht so von extremer Bedeutung ist, fand ich es einen wunderschönen Moment aus dem Spiel, der noch mal die Ruhe vor dem Sturm ist. Der zeigt, in dieser Episode zeigt es vielleicht, dass in Ellie doch noch Ellie drin steckt, auch wenn die Ereignisse von der vorhörigen Episode sie dann doch tief verändert haben. Aber dass sie diesen Szene mit reingenommen haben, großartig und wunderschön gemacht. Und dass die Giraffe dann noch echt ist, ist so ein bisschen der Jurassic Park Topping auf dem Ganzen. Sie haben nicht nur diese Szene mit reingenommen, sie haben sogar ein kleines Easter Egg aus dem Spiel in die Serie reingerettet. Denn man sieht im Hintergrund eine Anzeigetafel des örtlichen Baseballfeldes. Und das Baseballfeld ist benannt nach der Ehefrau von einem Grafiker. Das hat er so als kleines Easter Egg reingemacht. Hier findet ihr den Namen, das Laura Millerfield oder keine Ahnung was. Und der Grafiker hat dann auf Twitter, war da völlig baff, dass in der Serie sie das halt genauso genannt haben. Und hat es voll abgefeiert. Und hat Mut gemacht, dass sie das noch nicht mal wussten, wer nach Wien was übernommen hat. Genau, richtig, ganz genau. Ich muss ein bisschen wieder Wasser in den Wein kippen. Ich fand nämlich, dass das Szene gar nicht mehr so gut aussah. Das liegt offensichtlich nicht an der Giraffe, obwohl ich dann erst mal vermutet habe, oh, ist die Giraffe nachgebaut. Das ist ja irgendwie so hässlich. Dann habe ich jetzt an verschiedenen Stellen gehört, dass es echte Giraffen sind. Oder zumindest eine echte Giraffe. Für mich liegt es dann irgendwo am Hintergrund. Also vielleicht ist der Hintergrund einfach künstlich, weil sie ihn so aussehen lassen sollten wie im Spiel. Und dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Virtual Matte Painting da quasi aufgebaut haben. Auf jeden Fall finde ich, dass die Szene insgesamt sehr, sehr künstlich wirkt. Und das, obwohl sie eine echte Giraffe genutzt haben, das finde ich dann an dieser Stelle ein bisschen schade. Ja, es ist halt wirklich nur die Giraffe, ein paar Blätter und die Schauspieler. Der Rest ist leider einfach nur blaue Boxen. Ja. Und zwar also komplett blaue Boxen. Es ist also nicht so, dass sie auch irgendwie auf einem echten Gebäude standen und man hat das irgendwie rechts und links ein bisschen enhanced. Nee, sie standen wirklich einfach nur in einer Umgebung von blauen Boxen. Und ja, dann kommt sicherlich noch, je nachdem wie der Fernseher vielleicht noch eingestellt ist und deine Bildrate war, kann das dann unter Umständen sehr, sehr, sehr künstlich aussehen. Da bin ich bei dir. Ja, genau wie du. Erst nachdem ich es gelesen habe, dass sie echt war, habe ich mich auch gefragt, ob sie echt ist oder nicht. Weil, gut, als Fan des Spiels fand ich es einfach toll, diese Szene drin zu haben. Aber ja, sie sah schon aus wie aus einem Computerspiel am Ende. Genau die ganze Szenerie, wie sie aufgebaut wurde. Und deshalb wusste ich auch jetzt nicht, wahrscheinlich auch wegen der Trennung zwischen Bluescreen und Giraffe, ist sie jetzt echt wegen den weichen Kanten oder ist sie jetzt nicht echt, was das angeht. Da sind die Grenzen so ein bisschen verwischt worden. Ja, heißt übrigens nicht, dass ich die Szene inhaltlich irgendwie schlecht fand. Ich finde, dass das schon wirklich eine Entspannung war und dann ja auch wirklich, wenn man an Ellies Gesicht, auch hier wieder bei Ramsey, gesehen hat, dass sie selber so ein bisschen an der Stelle wieder ins Leben zurückkommt, während sie vorher ja irgendwie eintönig neben Joel hergelaufen ist und ja und nein gesagt hat. Und dann plötzlich, oh Gott, ja krass. Und dann wurde nochmal, keine Ahnung, ihr Herz berührt oder sowas, wenn man es so kitschig ausdrücken möchte. Aber das spielt Bella Ramsey gut, das macht das Drehbuch gut. Und ich finde, dass das so ein kleiner Wechsel in der Stimmung auch dieser Folge ist. Und wir kriegen noch das Bild ab rein, dass Ellie demnächst Gitarre lernt, was in der zweiten Staffel denn ja durchaus eine Rolle spielt. Genau, wurde im Spiel auch an manchen Stellen erwähnt und im zweiten Teil haben sie es dann durchgeführt. Aber auch der Weg zu der Giraffe hin ist ja an sich bedeutend im Sinne der Serie. Weil wenn wir uns an den Anfang der Serie erinnern, Joel war eher der Stumme und Ellie die Chatterbox, also diejenige, die nicht aufhören konnte zu reden. Und jetzt ist es genau andersrum, wo Joel jetzt seit der letzten Folge vollkommen sie als C-Tochter akzeptiert hat und sich dann öffnet als Vater, während sie durch das traumatische Erlebnis mit David so dermaßen geprägt ist, dass sie nicht mehr das sein kann, was sie in den ersten Episoden für Joel war. Der gute Joel, er macht es einem aber auch nicht leicht. Wir kommen ja dann sozusagen ins Krankenhaus am Ende und wir haben es vorhin schon angedeutet, es stellt sich dann raus, dass der einzige Weg, ein Impfstoff, Gegenmittel, was auch immer, zu generieren, darin besteht, dass man Ellie ins Hirn pfuschen muss, was sie höchstwahrscheinlich nicht überleben wird und daraufhin geht dann der Joel auf einen Killings Spree, wie er im Fernsehen selten aus so einer Perspektive so inszeniert wurde, was leider mit einem Amoklauf, der dann halt am gleichen Tag stattfand, auch irgendwie so ein Geschmäckle hat, aber da kann die Serie nichts für, weil so nämlich ein School-Shooting aussehen muss. Also es war natürlich jetzt im Krankenhaus, aber nicht in der Schule und mich hat diese Szene extremst beklemmt, aber mit dem, was man, das wollte ich gerade sagen, über Joel in dieser Folge halt auch noch erfährt, ist dann die Frage, ist es jetzt gerechtfertigt oder nicht, haben wir damit den Bruch reinbekommen, auch als Zuschauer, darf ich nicht mehr mit ihm sympathisieren, muss ich mit ihm sympathisieren, Michael, du hast am Anfang der Folge ja gesagt, Menschen mit Kindern sympathisieren tendenziell mit ihm, ich bin definitiv nicht mehr Team Joel, aber ich bin grundsätzlich halt Team Needs of the Many, also grundsätzlich. Und dieser Bruch war natürlich inszenatorisch so ganz sicher beabsichtigt, aber der war schon derb, der war schon derb, vor allem, weil als i-Tüpfelchen Joel ja am Ende dann noch die Ursünde begeht sozusagen und dann eben nochmal sie nochmal völlig anlügt, aber dazu dann später mehr. Könnt ihr das nachvollziehen? War das für euch auch so ein Bruch drin, Andreas, jetzt fang du vielleicht mal anfangen, war das für dich nachvollziehbar? Hat es für dich Sinn gemacht, das Trauma, der Selbstmordversuch, die Bonding zu Ellie, hin zu diesem Killing Spree, hin zu diesem ich würde alles tun, um sie nicht mehr zu verlieren Lüge? Ist das für dich ruhig? Ja, ich glaube, es hat für mich Sinn ergeben, ich würde das gar nicht so in den Zusammenhang mit diesem Needs of the Many Gedanken stellen, weil da bin ich überhaupt nicht auf deiner Seite und ich würde grundsätzlich sagen, dass man einfach keinen Menschen opfern darf, selbst wenn man damit alle anderen Menschen retten darf, retten würde, aber unabhängig davon finde ich die Mittel, die Joel hier nutzt, das geht halt nicht und ich finde, dass die Serie uns eindrucksvoll auch so inszeniert, dass es nicht geht und deswegen sage ich, wir lernen halt Joel mehr und mehr kennen, ich finde gar nicht, dass er so eine Charakterwendung mitmacht, sondern dass wir das einfach vorher nicht bemerkt haben, weil er gerade irgendwie beschäftigt war, weil er irgendwie seinen Job halt durchgeführt hat, weil wir die ganze Zeit ihn so ein bisschen verschroben vielleicht wahrgenommen haben, aber schon irgendwie mit dem Herz im rechten Fleck, er versucht ja, Ellie zu beschützen und am Anfang ist es, und er sagt uns das ja die ganze Zeit, er sagt uns, ja, du bist, du bist Fracht, ist mir egal, ich möchte im Prinzip zu meinem Bruder und du bist für mich unwichtig und dann mit und mit verändert er sich natürlich in Bezug auf Ellie, aber das verändert Joel eigentlich nicht, weil Joel selber, und das wurde uns die ganze Zeit im Prinzip gesagt, aber wir wollten es vielleicht auch nicht wahrhaben, beziehungsweise ich zumindest, der das Spiel nicht gespielt hat, wollte es nicht wahrhaben, dass Joel schon ein schwieriger Typ ist, so, und zwar in allen Belangen, der ist, der hat halt moralisch wirklich nicht mehr so richtig irgendwie den Kompass, so, unabhängig davon, dass er vielleicht hier Ellie beschützen möchte, okay, aber der kann nicht durch dieses Krankenhaus laufen und eine Million Leute umballern und auch noch diesen Arzt dann töten, zumindest lässt er ja die beiden Krankenschwestern leben, von der eine, glaube ich, auch noch eine Schauspielerin ist, über die wir irgendwann nochmal reden müssen, aber Joel, wird für mich hier immer mehr offenbart, er verändert sich nicht, aber er wird offenbart und er wird offenbart als ein Typ, dem wir nicht mehr bedingungslos irgendwie unsere Sympathie schenken sollten. Du hattest am Anfang gesagt, Andreas, wie es im Spiel gewesen ist, mit dem Durchkämpfen durch das Krankenhaus, was man da hat, also im Spiel, wird man zu dem gedrängt, auch wenn man es möchte oder nicht, hat man keine andere Wahl, als sich im Krankenhaus durchzuschießen. An anderen Stellen im Spiel hast du die Wahl, durchzuschleichen. An der Stelle hast du nicht die Wahl. Und da findet dann auch die Distanzierung zum Joel-Charakter ganz stark statt, was das angeht. Und dementsprechend, was ich eben gesagt hatte, dass die Produzenten oder die Produzenten des Spiels ihre Testspieler gefragt haben und wo diejenigen, die keine Eltern waren, 50-50 gesagt haben, ja, ich bin auf Team Joel, ich fand es nicht gut, was er gemacht hat oder das hat genau richtig gehandelt. Und dass diejenigen, die Eltern waren, gesagt haben, 100% auf Joels Seite waren. Und für mich war es, ich habe es 2016 als Nichtvater, als ich Nichtvater war, gespielt und die Serie jetzt gesehen, als ich Vater war. Und damals hatte ich auch sehr zwiegespaltene Gefühle, weiß ich noch. Ich wollte mich da eigentlich nicht so krass durchschießen, aber ich musste es entsprechend machen, weil ich dazu gezwungen war. Du musst auch den Arzt umbringen, auch da hast du keine Wahl, du musst ihn umbringen. Genau, da hast du auch keine Wahl. Und das zweite Spiel ist da übrigens noch krasser, was das angeht. Das lässt einem teilweise bei Szenen keine Wahl, wo die sehr schwer zu verdauen sind. Und das wird in der Serie sicherlich auch noch mal krass sein. Und jetzt hier in dem Moment müsste ich sagen, wahrscheinlich mit den Skills von Joel als jemand, der Vater Gefühle für ihn hat, hätte ich wahrscheinlich eh ähnlich gehandelt. Also er stellt ja quasi seinen, er stellt auf Gottmode um, er stellt auf keine Emotionen, er stellt um auf ich sehe diese Menschen nicht mehr als Menschen, ich mähe alles nieder, um eigentlich mich selbst zu retten. Ja, er ist in einem Beschützermodus, aber er sieht auch gleichzeitig, wenn das noch mal einer Tochter von mir passiert, wie es früher passiert ist, dann kann ich erst recht nicht mehr mit mit mir leben und das will ich nicht mehr zulassen. Was ein extrem selbstsüchtiger Gedanke ist, den ich wahrscheinlich anders gefühlt hätte, wenn ich als Vater in der Situation gewesen wäre, aber das, wo man ganz klar sieht, dass das Joels Motivation hier drin ist und deshalb auch ganz gut, wie die es inszeniert haben, dass das einfach so eine, dass der ist in seinem PTSD-Mode und dem ist scheiß, scheißegal, egal, was da passiert, Hauptsache, er rettet sich und er rettet das Kind jetzt. Und fuckt halt dabei die Menschheit ab. Ja, genau. Egal, ob irgendjemand da was mit zu tun hatte, weil das sind ja, auch wenn das aus der Sicht von Federal-Terroristen sind und wenn die teilweise auch über Leichen gehen und Needs of the Many, wie du auch gerade gesagt hast, sind dann doch eigentlich diejenigen, die auf der Seite des Guten stehen, die er da alle niedermetzelt. Ja, vor allem er schießt ja auch Leute, die sich offensichtlich ergeben, ihre Waffe weglegen. Also das ist halt, das ist halt schon normal, dass er die zwei Wachen ausknockt, okay, und klar, und den Arzt halt dann auch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, natürlich kann ich jetzt nicht aus, also auf einer rein rationalen Ebene kann man meiner Meinung nach nicht Team Joel sein. Selbst wenn er alle darum bitten würde, seine Waffen niederzulegen, ja, und sie nicht erschießen würde, wenn er wie ein Terminator 2 den nur ins Knie schießen würde, ja, man kann auf einer rationalen Ebene, kann man nicht Team Joel sein, das ist für mich völlig unvereinbar, auf einer emotionalen Ebene natürlich durchaus schon, dann könnte man höchstens hinterfragen, reichen dafür sechs Wochen, aber okay, das ist dann halt so ein bisschen auch Suspension auf das Belief, dass ich halt glauben muss, weil sie sind ja länger als sechs Wochen unterwegs, sie sind ja sechs Monate unterwegs, also von daher, okay. Aber warum meinst du das? Das mit der rationalen Ebene? Naja, weil, weil, dieses, wenn man es rein rational betrachtet, fuckt er die Menschheit ab. Nee, wieso tut er das? Du hast, er bringt, er bringt die, er bringt die Menschen, er bringt die Menschheit um die Heilung, weil er kann ja nicht wissen, er kann ja, wieso, er kann doch nicht wissen, dass es unter Umständen noch andere gibt, so wie sie, weil er überhaupt nicht weiß, wo es herkommt, das kann er ja nicht wissen und er, er, er bringt die Menschen doch de facto um das Heilmittel. Aus seinem Standpunkt bringt er die Menschen um das Heilmittel. Natürlich, er ist sicher. Nein, er bringt die Menschen um die Chance auf das Heilmittel. Also, das ist aber ehrlich gesagt an der Stelle gleichgestellt. Also, das ist doch kein Unterschied. Nein, das ist doch, nein, das ist ja, man muss, ja, Andreas, gerne übernimm, du gerne. Ich versuche mal philosophisch dagegen zu halten. Du sagst jetzt, eine rein rationale Ebene muss uns quasi dazu bringen, ein Kind zu opfern, um alle Menschen in der Welt zu erhalten. Das sehe ich überhaupt nicht so. Eine rein rationale Ebene führt uns dazu, die Menschenwürde zu achten und dementsprechend muss Ellie sich, darf Ellie vielleicht selber eine Entscheidung treffen. Darauf können wir uns eventuell irgendwann zurückziehen. Aber grundsätzlich darf sie nicht geopfert werden, selbst wenn man damit alle anderen Menschen erhalten lassen kann. Das sind aber zwei ethische Perspektiven, die man einnehmen kann. Das eine ist eben so eine, Darf ich an der Stelle kurz, es gibt ja die gleiche Folge bei Strange New Worlds. Ja genau, das bei Suffering Cannot Reach. Genau. Warst du da auch in dem Team, das Kind darf nicht geopfert werden? Ja natürlich. Sehr gut, wir wollen ja wissen, ob du das konsequent durchziehst. Weil ich kein Konsequenzialist bin oder Utilitarist könnte man sagen, das sind eben diese Leute, die nur die Folgen betrachten, sondern weil ich ein Mensch bin, der zum Beispiel, wie wir in Mitteleuropa ja sowieso so ein bisschen geprägt sind, weil ich Kantianer bin, weil ich eben von grundsätzlichen moralischen Grundsätzen angehe, die man nicht anberühren darf. Und dementsprechend darf man auch nicht Leben gegeneinander aufwiegen, selbst wenn ein Leben gegen acht Milliarden steht. Das darfst du nicht machen. Jeder Mensch hat seine individuelle Würde und die ist eins zu eins zu achten. Das heißt, Ellie darf nicht geopfert werden. In Lifters for Suffering Cannot Reach von Strange New Worlds war es ja noch so ein bisschen so, dass der Nachfolger da sogar selber entscheiden konnte. Aber das ist eine andere Diskussion. Wenn Ellie jetzt gefragt wird und Ellie sagt, nee, ich möchte mich gerne opfern, dann können wir vielleicht darüber diskutieren. Aber Ellie wird nicht gefragt. Das sagt Marleen explizit. Sie sagt, ich habe Ellie nicht gefragt. Ellie wird einfach hier funktionalisiert für das Wohl der Menschheit. Und das darf nicht entschieden werden aus meiner Perspektive, aus der ethischen Perspektive von Kant, aus einer Menschenwürdeperspektive. Das darf so nicht sein. Naja, und genau, also mein Punkt ist auch noch, dass es ja einfach nur um die Chance geht. Ja, natürlich ist es die Chance auf die Errettung der Menschheit, was es angeht. Aber wenn wir jetzt noch mal in die Details des Ganzen reingehen. Wir reden hier von einem Arzt, wo wir noch nicht mal wissen, wie er ein Spezialist ist, der versucht, ein Antisirum, eine Impfung oder irgendwas in der Richtung herzustellen, die Chance auf eine Impfung zu bekommen, wo wir wissen, dass selbst ein Spezialistenteam aus Experten vielleicht nicht in der Lage dazu gewesen wäre, diesen Fall herzustellen. geschweige dessen, eine Massenproduktion dieses Impfstoffs zu gewährleisten, um die Menschheit zu retten, die dann vielleicht am Ende, wie wir es in der Pandemie erlebt haben, vielleicht gar nicht gerettet werden will, weil die meisten denken, die Impfung tötet mich am Ende so ungefähr. Und die wollen mir Mikrochips, ein Fettler will mir ein weiterer Mikrochip einbauen in der Richtung. Das kommt ja auch noch damit. Ich meine, wenn man die Nuancen betrachtet, hätte es eine ganze Gruppe von Ellis gegeben, wie Joel später da lügt, dann hätte man drüber reden können, wie das mit den Experimenten ist, wenn die Leute sich selber darauf einlassen. Und dann hätte man sicherlich noch andere Wege sehen können. Aber die Chance, gegenüber einem Menschenleben zu retten, nur die minimale Chance zu bekommen... Aber so argumentiert Joel ja nicht. So argumentiert Joel ja nicht. Joel argumentiert rein egoistisch. Rein egoistisch. Das stimmt. Das stimmt. Also deswegen, vielleicht bin ich deswegen auch so vehement nicht auf seiner Seite, weil er halt rein egoistisch argumentiert. Er kann das alles, was wir jetzt so rein interpretieren und annehmen und aus einer... Du sitzt hier schon drei, vier Weißbier intus, ja, und dann sitzt hier halt die ganz ruhig drin und machen halt ein bisschen Samstagabendunterhaltung und Philosophieren hier so rein. Das kann er ja alles nicht wissen. Und das sind ja auch Annahmen, die wir jetzt im Grunde genommen nur treffen. Dann können wir natürlich jetzt schlau daherreden. Aber was mich an der Sache einfach stört, ist dieser pure Egoismus. Es gibt ja nicht mal irgendwie so eine Ready-Room-Szene, wo man darüber diskutiert oder sowas. Ist ja auch okay. Es soll ja auch inszenatorisch so sein. Ich verstehe schon, warum das so ist. Ich sage nicht, die hätte es geben müssen oder so. Ich ist schon klar, warum das so ist. Aber das ist für mich aus reinem egoistischen Verhalten und deswegen kann ich es nicht ansatzweise gutheißen, dass er für seine und, da hinzu kommt ja noch, wir wissen ja, wer ein paar Mal hustet ohne Grund im Fernsehen und im Kino, der macht das nicht mehr lange. Da haben wir übrigens noch gar nicht drüber gesprochen, dass es dem Joel ja gar nicht so gut geht. Das heißt, der hat ja vielleicht gar nicht mehr so lange. Und das ist also so eine egoistische Entscheidung, die mir so unglaublich sauer aufgestoßen wird, weil ich halt tendenziell eher im Team Many bin als im Team Few und sodass ich da an der Stelle richtig, also richtig, richtig sauer war und dazu dann eben noch die Inszenierung, wie er dann die Leute auch eiskalt über den Haufen schießt und so weiter hat einen Effekt bei mir hinterlassen, bei dem ich wirklich kurz davor war, dem Joel eine reinzuhauen. Da gebe ich dir total recht und ich würde vielleicht an dieser Stelle auch mal noch mal einen Meta-Gedanken aufmachen. Für mich ist der Fokus der Serie und jetzt nach diesen neuen Folgen kann man ja mal so ein Fazit ziehen, ist die Immunität Ellys, aber nicht unbedingt nur gegen den Cordyceps, das spielt ja auch nur insgesamt eine untergeordnete Rolle, diese Cordyceps-Infektion, wir haben auch Kommeninfizierte gesehen und so weiter. Ellie ist für mich auch immun gegen das Aufgeben ihrer Werte. Also alle, die uns in dieser Serie im Prinzip sonst vorgestellt worden sind, die einen harten Verlust hatten, geben irgendwann ihre Werte auf. Sei es Bill, der mit Frank zusammen dann sterben möchte und sich auch tötet. Sei es Kathleen, die blind vor Rache alles opfert, um Henry und dann auch Sam im Endeffekt töten zu können. Sei es Marlene, die Ellie und damit auch das Andenken an ihre beste Freundin töten würde, um das Heilmittel zu finden. Oder halt auch Joel, da gebe ich dir völlig recht, der sämtliche moralischen Werte über Bord schmeißt, um Ellie völlig egoistisch natürlich zu retten. Der hat keine philosophischen Gedanken im Hintergrund, natürlich nicht, der will Ellie retten, Punkt. Und der hatte sich auch selbst umgebracht, als Sarah gestorben ist. Das heißt, im Prinzip haben alle, die diesen riesigen Verlust erleiden, geben ihre Werte, an die sie eigentlich geglaubt haben, irgendwann auf. Nur Ellie. Die hat den Verlust von Riley verkraftet und lebt weiter und lebt weiter und ist damit für mich das Idealbild einer Überlebenden. Und im Prinzip ist das so eine Metastory, die uns diese Serie meiner Meinung nach immer wieder zeigen möchte. Ellie ist im Endeffekt natürlich der Held dieser Serie, aber sie ist auch das Idealbild einer Überlebenden in dieser Zeit in einer Postapokalypse. Es wird so gut, wenn wir über Staffel 2 reden und die nur ansatzweise dieses Sequel umsetzen. Boah, Leute, da werden wir einiges zu diskutieren haben. Ganz abgesehen davon, dass ich weiterhin Team Joel bin, leider, auch wenn ich die Art und Weise von dem nicht rechtfertigen kann, aber ich kann als Vater die emotionale Entscheidung komplett nachvollziehen, die in ihm vorgeht. Und das ist das Traurige, dass ich wahrscheinlich in dem Moment meine Rationalität, die ich mir eigentlich auch an an die Brust gepinnt habe, wahrscheinlich auch komplett aufgegeben hätte und genau gehandelt hätte wie er, was das Traurige ist, dass ich das einsehe, dass das mir auch passiert wäre, wahrscheinlich in dem Punkt. Gut, du wärst wahrscheinlich halt nicht über das Treppenhaus hinausgekommen, aber immerhin der Wille ist da gewesen. Ich finde es toll, dass wir hier ja auch so durchaus unterschiedliche Ansätze haben, das macht ja auch eine gute Geschichte aus, das war eine gute Serie auch aus, dass man sich über solche Dinge unterhält und nicht über irgendwelche Plotholes, die es bestimmt auch gab, aber die einfach aufgrund der packenden Geschichte nicht ins Gewicht fallen, weil sie dir vielleicht erst beim dritten, vierten, fünften Mal wirklich bewusst auffallen und hier an der Stelle einfach dann das Gesamtprodukt halt einfach stimmt. Dann muss man, das ist auch so ein Gedanke, der mir kam, wenn wir jetzt mal so ein Fazit über diese erste Staffel ziehen, da muss man HBO vielleicht auch mal ein bisschen Credits geben und sagen, hey, die haben zwar am Ende einen wenigeren oder einen geringeren Output als vielleicht Amazon Prime oder Netflix, aber das ist halt, die Qualität ist, wenn auch nicht alles jetzt gleich ein Riesending ist, ist die Qualität doch tendenziell eher höher. Production Value, hier gab es fast keine Füller-Episoden, das sind neun Folgen, die was zu erzählen haben, obwohl wir zwei Exkursfolgen haben mit Bill und Frank und mit Ellie und Riley, die sich aber nicht so anfühlen, sondern die uns auch irgendwie vielleicht die Bill und Frank-Episode weniger, aber Joel und Ellie doch irgendwie weitergebracht haben und die Bill und Frank-Episode hat uns zumindest nicht auf einem Schalen Gefühl zurückgelassen, dass man jetzt irgendwie so seine Lebenszeit verschwendet hätte und ich muss ganz ehrlich sagen, wann hatte ich denn das letzte Mal eine Serie, wo ich wirklich A, nach der ersten Staffel relativ dezidiert einzelne Folgen gut noch recappen kann, eine Serie, die definitiv wunderbar dafür geeignet war, Woche für Woche geguckt zu werden und nicht gebinged zu werden, es gibt ja andere Serien, die würde ich lieber bingen, dann habe ich es hinter mir, hier ist es nicht so und so können diese Folgen, die dritte, die fünfte einfach wirken oder auch diese Folge jetzt noch nachwirken und das wird eine Serie sein, von der ich noch lange erzähle und zu der ich mir seit lange mal wieder vorstellen kann, vielleicht auch ja letztlich unmittelbar, aber im Vorfeld der nächsten Staffel auch nochmal zurückzukehren. Ja, also ich weiß Gott nicht von aktuell vielen Serien sagen kann, wo ich sage, ach da gucke ich bestimmt irgendwann nochmal rein und das muss man hier wirklich zu Genüge oder das dem Ganzen zugute halten. Ich hadere noch oder ich bin noch überlegen, den häufigsten Kritikpunkt, den ich gelesen habe, war es gab halt sehr wenig Infizierte. Ja, aber es hat mich nicht gestört. Also bevor ich den stumpfen Walker der Woche kriege, war das für mich so okay, aber ja, ich kann verstehen, dass die Infiziertenbedrohung nicht ganz so präsent war, nachdem sie uns die ersten zwei Folgen präsentiert wurde und dann war es eigentlich nur nochmal kurz bei der Kathleen ein Thema und danach war es de facto kein Thema mehr. Ich kann damit leben, war aber ein Kritikpunkt, der da draußen meistens am häufigsten geäußert wurde, wenn es überhaupt was gab und ganz ehrlich, wenn das alles ist, dann können sie so viel nicht falsch gemacht haben. Also das ist mein Fazit zu dieser Geschichte, dass der Joel am Ende dann natürlich auch noch alle bescheißt, hat für mich dieses unrunde Bild, im positiven Sinne unrunde Bild hinterlassen, weil diese Staffel hätte kein The Sun Always Shines in TV Ende verdient gehabt, in dem Sinne, dass es nicht gepasst hätte. Das Ding musste so enden, wie es geendet ist und deswegen war das für mich eine absolut runde Sache. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier neun Wochen lang gesehen habe. Kann ich zustimmen, auch wenn ich jetzt bei der Episode, ich habe sie zweimal gesehen, ich konnte nicht drumherum, die mir in der Mittagspause anzuschauen und dann mit Chrissy nochmal. Beim zweiten Mal hat sie mir besser gefallen, die letzte Folge. Beim ersten Mal, auch wenn ich sagen muss, dass gerade die letzte und vorletzte Episode ein paar Ecken genommen hat, die ich gerne bei der Kansas City Episode abgeknappt hätte. Also ich hätte gerne die letzten beiden Episoden länger gemacht. Vor allen Dingen auch jetzt in dieser Episode, dass sie direkt von der Giraffe zu den Fireflies rüberspringen und das geht so ein bisschen auf die Kritik der Infizierten, hat man im Spiel noch einen großen Kampf und eine große Flucht, bevor man bei den Fireflies ankommt in den Tunneln dieser Stadt. Ich glaube, Salt Lake City ist das, das nochmal den großen Action-Moment, den großen Fun-Action-Moment mit den Infizierten hat, bevor es dann in den traumatisierenden Abschluss geht des Ganzen. Und da muss ich auch wieder in der gesamten Serie weiterhin die Performance von Bella Ramsey dermaßen loben, die für mich mittlerweile die Ellie verkörpert, wie Ashley Johnson sie verkörpert hat, auch das Schauspiel, was dahinter ist, was sich vor allen Dingen noch wieder in den letzten Szenen zeigt. Diese letzte Konversation zwischen den beiden, wo sie dann am Ende okay sagt und man in ihrem Gesicht sieht, dass sie Joel nicht glaubt, aber ihm glauben möchte am Ende und dass vielleicht irgendwas in ihr noch weiter zerbricht, was vorher zerbrochen ist. Und in diese Gesichtsausdrücke kann man so viel hineininterpretieren in den letzten beiden Folgen unbedingt. Und sie ist für mich in einen Charakter reingewachsen, der so wichtig und groß für die zweite Staffel beziehungsweise das zweite Spiel ist. Also das, was sie an dramatischen Fähigkeiten hier gezeigt hat, wird so wichtig für das, was da noch kommt, weil es ist eigentlich kommt nur noch traumatisiert und ist auf uns zu, muss ich sagen, ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Also das Spiel, das zweite Spiel ist ein Clusterfuck, was das Traurigkeits- und das Trauma-Level angeht. Aber abschließend, die Staffel hat für mich genau das Gleiche repräsentiert, was das Spiel war. Ein wunderbares Gedankenexperiment, was in kleinen Episoden aufgegriffen wird und wo große philosophische Fragen, wie jetzt am Ende die Parallelität zum Trolley-Problem zeigt. Und weil da ist es ja auch die Diskussion, wo lenkt man die Bahn in eine Menschengruppe oder in den einen Menschen rein und genau das Gleiche ist es ja auch, was wir hier haben. Und das finde ich das Schöne. Ich als derjenige, der schon alles kannte und der die gesamte Story kannte und auf eine gute Adaption gewartet hat, wurde nicht enttäuscht. An manchen Stellen vielleicht klein, aber beim wiederholten Schauen dann immer weniger und habe hier eine mehr als würdige Umsetzung gesehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mal Superlative gebrauchen möchte, habe ich noch außer Herr der Ringe noch keine bessere Adaption eines Stoffes gesehen, den ich vorher kannte, als diese Serie und deshalb lebt sie bei mir in den Serien der letzten Jahre auch ganz, ganz weit oben im Gedächtnis. Und um dieses Fazit abzurunden, ich mache jetzt mal was, was Kritiker natürlich niemals tun sollten, nämlich meine eigenen Mägeleien, die ich ab und zu zwischen diesen Episoden losgelassen habe, ob es jetzt die Kansas City Doppel-Episode war oder ob es auch so kleinere Unstimmigkeiten, die ich hier und da gesehen habe, die werde ich jetzt alle relativieren. Ich finde diese Serie bislang mit dieser ersten Staffel absolut überragend, absolut überragend und ich habe selten und da möchte ich bei dir Chris nochmal ansetzen, ich habe selten so gehabt, dass ich mich an jede einzelne Folge und ihre Handlung so gut erinnern kann, so gut erinnern kann, ich weiß noch genau, was in der ersten Folge passiert ist, was in der zweiten Folge passiert ist, dann kenne ich den Absatz mit Kansas City gut, ich kann natürlich diese dritte Episode mit Bill und Frank quasi eins zu eins miterzählen, obwohl ich sie auch nur zweimal immerhin gesehen habe, aber das war alles so großartig, was mir da gezeigt worden ist und ich kannte das Spiel nicht und oder nur in ganz kleinen Ansätzen und bin absolut überzeugt davon, also ich würde sogar diesen Superlativ noch ein bisschen ausbauen und bin da auch mutig und sage, ich glaube nicht, dass das im Jahr 2023 nochmal getoppt werden kann und ich weiß nicht, ob das in diesem Jahrzehnt schon mal getoppt worden ist, das ist absolut überragend und für mich die beste Serie der letzten Jahre. Punkt. Genau. Ja, liebe Hörer, stimmt ihr uns dazu? Seid ihr komplett anderer Meinung? Schwelgt ihr auch in Superlativen? Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Sind euch vielleicht Plotts aufgefallen, über die ihr nicht hinweg gucken konntet, die wir auf jeden Fall hätten besprechen müssen, die uns untergegangen sind? Seid ihr Team Many? Seid ihr Team Fuse? Deswegen laden wir euch herzlich dazu, uns das Feedback von euch zukommen zu lassen. Das könnt ihr tun unter der 01525 964 7709 oder ihr schreibt an info at nerdizismus.de ihr kommt auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord oder ihr kommentiert einfach auf Facebook Insta oder auf nerdizismus.de da freuen wir uns über euer Feedback. Das geht nicht verloren, denn wie gesagt Andreas, wir hören uns ja bald wieder, wenn wir über Tales of the Walking Dead so ein bisschen als Überbrückung sprechen, bis es dann Walking Dead zu Ende geht. da habe ich schon ein bisschen Angst vor, weniger vor Tales of the Walking Dead, weil das ist so eine losgelöste Geschichte, aber mit dieser hohen Messlatte, ich habe so ein bisschen die Sorge, so ein bisschen, dass es uns vielleicht The Walking Dead, was wir am Anfang immer mit The Last of Us so verglichen haben und gesagt haben, na, haben wir ja schon gesehen und ja, jetzt ist man ein bisschen anders und so weiter, dass es jetzt dann so wird, ah, guck mal, die haben das halt besser gemacht als die, ich weiß es nicht, ich bin gespannt, was dabei rauskommt und wir wollen natürlich da auch euer Feedback haben, das freut uns auf jeden Fall, wir freuen uns natürlich auch über fünf Sterne, vier Sterne, zwei Sterne, drei Sterne, ein Stern, wenn es ein Stern ist, schreibt bitte dazu, warum es ein Stern ist, das würde mich dann schon interessieren, auf den üblichen Portalen, iTunes, Podcast Addict und natürlich bei Spotify, wer uns bei Spotify hört und ihr seid einer von den 40 Prozent, die es noch nicht abonniert haben, drückt da auch mal bei Nerdizismus auf den Abo-Button und jetzt ist es nämlich auch soweit, dieser Feed, der endet jetzt hier, denn jetzt kommt danach die Weiterleitungs, Umleitungs, was auch immer Geschichte, Michael, du sagst jetzt nicht nochmal, wie es gemacht wird, es ist egal, wenn ihr das jetzt hier also zu Ende gehört habt und ihr seid noch auf dem Dead Nerds Talking Feed unterwegs, das erkennt ihr daran, dass da nur Dead Nerds Talking Folgen drin sind, dann bitte schaltet ab sofort auf den Nerdizismus Feed, ihr findet da die Links auf unserer Webseite und ihr sucht einfach im Podcatcher eurer Wahl nach Nerdizismus, das hat den Vorteil, euch entgeht keine Folge und ihr könnt noch viel, viel mehr von uns hören und wenn ihr weiterhin nur Dead Nerds Talking hören wollt, dann ist es auch gar kein Problem, weil es wird niemand gezwungen, was anzuhören und ihr könnt in jedem anständigen Podcatcher auch natürlich immer einfach innerhalb eines Podcastes auch suchen, da verpasst ihr also nichts, da geht euch nichts verloren, also bitte abonniert den Hauptfeed. So, Michael, dich entlassen wir jetzt auch wieder aus diesem Feed, das ist auch gut, weil du brauchst nämlich die Zeit, um ja unsere letzte Herr der Ringe Besprechung vorzubereiten, wo auch schon wieder zwei Whatsapps kamen, wann es denn mal käme, deswegen husch husch, ran ans Werk, hol Hintergrundinfos ran, bereite die Rückkehr des Königs vor, das wird das nächste Mal sein, dass wir glaube ich was aufnehmen, bevor wir dann wieder zu Picard was machen oder umgekehrt, also wir haben es auf jeden Fall nicht vergessen, ja und Andreas, Tales of the Walking Dead ist dann das nächste Mal, wir uns wieder hören, da bin ich auch mal gespannt, was deine Meinung dazu ist, denn da werden dich sechs Folgen erwarten aus dem Walking Dead Universum, die man so auch noch nicht gesehen hat, zumindest in Teilen, ich bin gespannt, was du dazu sagst, welche dir am besten gefallen hat und wenn dich das auch interessiert, ja dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, Michael, dir vielen Dank, Andreas, dir auch vielen Dank und ich höre da außen auch vielen Dank für die ja wieder mal über 90 Minuten, die ihr uns euer Ohr geliehen habt und in diesem Sinne macht die gut. Tschüss, tschüss, tschau. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.